Hallo, ich bin Hanna Brinkmann, ich bin Comiczeichnerin und Illustratorin aus Hamburg und mein erster langer Comic gegen mein Gewissen ist gerade im Avant Verlag erschienen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei den Comic Cookies. Cookies, Comic Cookies, lecker. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Super Andy Boy und ich habe heute die Gelegenheit und das Vergnügen hier ein Team-Up anzuführen aus Helden, das uns zusammen durch die Podcaster-Szene und durch die Comic-Szene führt. Wir werden heute über Comics sprechen und ich bin total angetan, heute mit drei eben tapferen Recken an meiner Seite für euch zu kämpfen. Zunächst begrüße ich hier an meiner Seite den freundlichen Nerd aus der Nachbarschaft, den furchtlosen, den fantastischen, den Spectacular Patrick Man. Hi. Hi. Immer wieder die Spider-Man-Anspielung, aber passt. Ebenso mit am Start und nicht wegzudenken, er ist sagenumwoben, berüchtigt, superintelligent und vielleicht einer der smartesten hier in der Runde. Er ist einfach toll. Hallo, Professor Dr. Breedstorm. Ja, woher ist dir das? Und der vielleicht heldenhafteste hier in der Runde, der stärkste und einfach der mit der größten Power von uns allen, ist ebenfalls neben mir. Hallo, Captain Andy. Ja, schönen guten Tag. Das ist sehr, sehr beunruhigend irgendwie, was hier gerade passiert. Aber gut, ich nehme das mal so hin. Wir sind die Comic-Cookies, die quasi Mighty League oder die Justice Avengers der Podcaster-Szene. Dafür, dass wir so wenig Superhelden machen in diesem Programm, stellst du uns hier ganz schön nach vorne. Heute wird das alles anders. Ja, denn ich werde unter anderem über die Vision-Serie sprechen, die vor zwei, drei Jahren kam, denn die hat mir der liebe Patrick geschenkt. Und ich werde über eine Graphic-Novel sprechen namens Gegen mein Gewissen. Und über was sprichst du so, Breedstorm? Ich habe heute Spiro und Phantasio Spezial mitgebracht, und zwar bei den Sowjets. Und außerdem eine wunderschöne Graphic-Novel, wie mir der Aufkleber auf dem Cover sagt, Scheitern als Erfolg aus dem Egmont E. Harper Verlag. Saugeil. Captain Andy, wie sieht es bei Ihnen aus? Ich habe den deutschen Comic Wildblumen dabei und die amerikanische Reihe Bitterroot. Und Patrick, was hast du am Start? Ich habe zwei Comics aus dem Insektenhaus Verlag dabei, von Daniel Zelsch, Rotkäppchen, und von Marcin Wacker und Jaroslav Gach, Märchen aus dem Erbenland. Saugeil, das scheint mir eine total bunte, wilde und interessante Mischung zu sein, auf die wir uns heute freuen können. Ich bin sehr gespannt, was da heute passiert. Bevor wir einsteigen, gibt es noch Dinge, die wir besprechen sollten. Nach der Witz der Woche. Wir wollen lustig werden, noch lustiger als wir eh schon sind. Breedstorm, du hast den Witz der Woche vorbereitet, richtig? Nein, du wolltest doch, dass der Steffen den Witz der Woche vorbereitet. Dö, dö, dö. Das müssen wir jetzt dann wahrscheinlich noch nachträglich organisieren und an dieser Stelle reinschneiden dann. Wir versuchen, das ein monatliches Feature zu machen. Erzähle einen Witz. Steffen jeden Monat einen Witz für uns einspricht und den wir dann einspielen. Wir werden auf jeden Fall total lustig, Leute. Da könnt ihr euch drauf freuen. Es wird ein Traum. So, ihr Lieben, also ich soll euch ernsthaft einen Witz erzählen. Ihr wisst schon, dass ich ein ganz schlechter Witzerzähler bin. Vor allem, immer wenn man mich fragt, erzähl mal einen Witz, fällt das mir überhaupt keiner ein. Deswegen, ich habe jetzt improvisiert. Ich glaube, ich muss mir da mal ein Witzebuch zulegen, sollte das hier regelmäßig stattfinden. Aber ein Witz aus grober Urzeit, aus DDR-Zeiten. Die Lehrerin geht mit der Schulklasse durch einen Park. Da sehen sie dann ein Eichhörnchen. Also die Lehrerin entdeckt ein Eichhörnchen und fragt die Kinder, Na, liebe Kinder, was für ein Tier ist das da vorne? Keins der Kinder meldet sich. Keins kann es richtig zuordnen. Die Lehrerin fragt also nochmal, Liebe Kinder, was für ein Tier ist das da vorne? Was sehen die da? Wieder keins der Kinder, was sich meldet. Alle gucken ratlos auf das Tier. Keiner meldet sich. Also fragt die Lehrerin nochmal mit Nachdruck und ein bisschen näher erklärend, Liebe Kinder, was haben wir denn im letzten Heimatkundeunterricht gehabt? Was ist das da vorne? Meldet sich das Fritzchen und sagt, Ach, das ist Lenin? Viel Spaß. Guten Tag. Geil. Gibt es sonst noch irgendwie Feedback, auf das wir eingehen sollten? Menschen sprechen nicht mit uns. Also mit mir jedenfalls. Schade. Es wurde mal wieder gefragt nach Steffens Rückkehr. Da können wir Feedback drauf beziehen. Wir haben ihn immer mal wieder am Wickel. Er ist auch dafür verantwortlich, dass ich hier diese beiden Rezensionsexemplare vom Insektenhaus Verlag habe. Und sobald es für ihn mal möglich ist, wird er bestimmt auch mal wieder vorbeischneiden. Da freuen wir uns sehr. Die 100. Ausgabe ist ja auch am Ende des Horizonts zu sehen. Mal gucken, was das im Detail bedeutet. Und vor allem, was der Steffen bis dahin gelesen haben wird. Dann könnte ich tatsächlich noch mal kurz Feedback geben. Nämlich zu Sachen, die ihr vorgestellt habt. Weil ich habe mir ja einiges davon geholt. Und die Sachen haben mir sehr gut gefallen. Zum Beispiel Tante Nono hat mir sehr gut gefallen. War eigentlich besser als die Kriegsgeschichte von demselben Zeichner. Kann ich weiter empfehlen. Der Kleist, den unsere Das alles Andi auch vorgestellt hat, hat mir auch gut gefallen. Gerade weil es anders war, als das, was Kleist jetzt heutzutage macht. Also es war sehr, den Lovecraft-Band. Das war doch sehr, sehr lesenswert. Und dann muss ich mich selber noch mal an die eigene Nase fassen. Ich habe mir letztes Mal Der König des Mars vorgestellt. Und ja, da muss ich sagen, der wurde schon mal in den Comic-Cookies vorgestellt. Ich habe zufällig im YouTube-Feed dieses Cover gesehen. Und tatsächlich ist das in der Folge schon mal vorgestellt worden von Feli damals. Wir noch regelmäßig in Offenbach getagt haben. Und ja, also ich habe mich nicht daran erinnert. Aber ich habe den Band selbsttätig gekauft. Und ja, habe ihn eh nicht bewertet. Also es ist fasziniert. Ihr habt jetzt zwei Rezensionen. Ihr müsst die anderen nur finden. Solange du ihn nicht zweimal vorgestellt hast. Obwohl auch das, ja okay, ich bilde mir nach ein paar Jahren noch mal eine Meinung dazu. Das ist ja auch okay. Ich habe da diesen neuen Comic entdeckt. Ich habe diesen Lovecraft-Band übrigens auch noch mal gelesen. Und ich muss sagen, ja, der war cool. Gerade weil er wirklich aus diesem Raster von Klaas herausgestochen ist. Aber ich würde ihn jetzt nicht unbedingt Einsteigern empfehlen. Für die das das erste Buch ist, bei der sie mit Lovecraft in Berührung kommen. Da ist es dann doch ein bisschen zu speziell. Ist es denn was für Kleist-Fans? Also wäre das was, was man, ich weiß gar nicht, ob es sie jemals gab, bei einer Kleist-Ausstellung in Erlang sehen würde? Also es gab damals, als der Band rauskam, eine Kleist-Ausstellung. Da war das natürlich ein großes Thema. Aber da hat er auch noch nicht so viel veröffentlicht gehabt. Und ja, gute Frage. Also ich habe das Gefühl, der Band wird ja auch nicht mehr aufgelegt. Ich habe das Gefühl, der wird ziemlich überschattet. Also ich glaube, alles, was ab Cash gekommen ist, ist einfach viel prominenter als alles, was vor Cash war. Aber ich würde mir schon wünschen, wenn es mal eine echte, eine retrospektive Ausstellung gibt, dass natürlich dann auch die Anfänge von Kleist da mit dabei wären. Und mein Lovecraft, der Band hat damals einen Maximum-Modes-Preis gewonnen. Von daher wäre der gerade in Erlangen in so einer Ausstellung natürlich ja vollkommen richtig am Platz, den dann auch zu zeigen. Interessant, ja. Ich fand eure Besprechung sehr interessant. Konnte ja leider nicht teilnehmen. Im Gegensatz zu heute freue ich mich tierisch, dass es wieder mal klappt, dass wir zu viert hier am Start sind. Und wir über insgesamt ja acht Comics sprechen werden. Glaube, da können wir einfach mal konkret einsteigen, oder? Legen wir los. Jo. Patrick, wie sieht es denn bei dir aus? Sollen wir gleich mal mit dir beginnen? Du hast von Rezensionsexemplaten gesprochen. Genau. Das ist ja was, da sollten wir uns mal draufstürzen. Also, der Insektenhaus-Verlag oder Steffen. Einer von beiden hat sich kontaktiert und dann wurde rumgefragt, kann sich denn jemand vorstellen, das zu besprechen? Und dabei waren so Horror und auch märchenhafte Titel. Vor allem dieser Rotkäppchen-Band von Daniel C. Zelsch oder wie auch immer das ausgesprochen wird, ist ja wirklich eine schöne Idee. Also, es geht hier um die Rotkäppchen-Geschichte eben in Schwarz-Weiß-Kontrast. In düsterer, in blutiger, man kann es Indie-Optik oder Sin City-Optik bezeichnen. Es kommt bis auf das Impressum wortlos aus. Und es ist wirklich schön getuscht. Da spielt sich quasi ein Anime-Kurzfilm oder auch schöne Videospielsequenz ab. Und es ist schön atmosphärisch gemacht. Bin jetzt nicht sicher, ob geschrieben das richtige Wort ist, aber irgendjemand wird das bestimmt so von der Inszenierung geschrieben haben. Okay, also vielleicht nochmal ganz von vorn. Das ist jetzt scheinbar Rotkäppchen in Sin City und düster. Also düster ist Rotkäppchen ja vorher schon gewesen. Ja, aber mit dieser Sin City-Optik, du hast hier wirklich viele Schattenspiele, Schwarz-Weiß, Graustufen und so. Okay, Huren hast du jetzt nicht an den Bäumen, aber ansonsten ist es Sin City-Optik, würde ich schon sagen. Hat der Band der Geschichte irgendwas Neues beizutragen oder ist das letztlich einfach nur halt auch schön düster, weil sie es anbietet bei der Vorlage? Der hat so ein bisschen für mich gefühlt so fernöstliche Einflüsse. Also diese Choreografie, das ist tatsächlich mehr wie beim Anime und der Jäger ist auch mit einem Kampfstock unterwegs. Also es sind, ja, ich würde schon sagen, dass es neue Impulse sind, aber das ist genauso wie bei der Weihnachtsgeschichte. Du hast es ein Dutzend Mal gesehen, wenn du die Story davor nicht mochtest, wirst du sie jetzt nicht mögen. Wenn du die Geschichte magst, dann findest du den neuen Anstrich auch cool auf seine Art. Ich glaube, so eine Adaption lebt einfach sehr stark von der Umsetzung durch den jeweiligen Künstler. Es gibt ja viele Geschichten, von denen wir schon viele Versionen und Variationen gesehen oder gelesen haben und dann kommt es einfach immer darauf an, ohne dass jetzt zwingend der Inhalt, dass der Plot variiert wird, sondern einfach, dass die visuelle Darbietung in einem eigenen Stil ist, den man dann mögen oder nicht mögen kann. Ich habe nur ein paar Vorschaubilder auch jetzt von dem Band gesehen gehabt, als der Steffen uns das geschickt hat und ich fand das auch ganz spannend. Den Künstler kann ich auch nicht aussprechen, leider. Der ist aber auch an sich bei mir als ein guter abgespeichert. Ich habe den auch beim Comicsalon mal bei so einer Live-Art-Vorstellung gesehen. Der hat ja in einem kleinen Theater auf einer Leinwand vor Publikum quasi live gemalt, mehr inszeniert. Also lief Musik und also ein bisschen wie so eine Performance-Darbietung, wie er eine Leinwand gestaltet. Und das war schon ziemlich cool. Ich kannte ihn vorher auch so aus ein paar amerikanischen Comics. Ich glaube, der ist irgendwo so aus der ex-jugoslawischen Ecke. Ich bin mir nicht 100 Prozent sicher. Und ja, also der Band sah interessant aus. Ich weiß nicht, wie viele Seiten hat der, Patrick? Weißt du das gerade? Oder hast du ihn vor dir? Da steht keine Seitenzahl. Der ist vor mir, ich schätze, so um die 80 Seiten. Na, ist schon relativ. Der Autorzeichner wird jetzt auch Ende Januar noch eine Horror-Story veröffentlichen. Da wäre ich auch gespannt. Also das hat mich schon neugierig gemacht. Ich kann nur sagen, für Unentschlossene, guckt euch das Artwork an. In dem Fall ist das Artwork wirklich die Story. Wenn ihr damit nichts anfangen könnt, dann lasst besser die Finger davon. Weil das ist, gerade wenn es wortlos ist und wirklich auf die Optik reduziert wird, dann wirklich so ein Ding, so ein spezielles Ding, das man mögen kann oder eben auch nicht. Dieser Verlag, bei dem das ganze Ding erscheint, der Insektenhaus Verlag, den hatte ich jetzt nur oberflächlich. Das ist ja von dem Typen von Samsas Traum. Und das scheinen mir so allesamt irgendwie so Gothic-Veröffentlichungen zu sein. Ist das richtig? Hat sich da irgendwer mal mit beschäftigt? Kennt da jemand was genaueres? Also ich habe es mir gerade parallel mal angeschaut. Er hat natürlich da ein bisschen was von Horror. Er hat diese Märchensachen. Und er hat aber auch so ein bisschen, also es sieht für mich auf jeden Fall ein bisschen erotisch angehaucht aus. Also was heißt ein bisschen? Also es ist schon sehr erotisch angehaucht, was er da auf seiner Homepage drauf hat. Samsas Heuchter Traum. Nee. Ja, also er hat tatsächlich dann nicht nur Comics, sondern passend zu den Comics hat er dann auch nicht nur die Standardsachen wie Button. Die hat er natürlich auch. Aber du kannst natürlich hier auch von Samsas Traum, du kannst auch einen Flachmann haben halt. Also zum Beispiel zu dem Märchen aus dem Ärmland. Da gibt es auch, kannst du ja auch in Kombination mit einem T-Shirt kaufen, wo das Artwork vom Cover drauf ist. Also es ist schon eine interessante Zusammenstellung. Und ja, nicht nur aus einem Bereich tatsächlich. Ja. Ich hatte tatsächlich noch nie von dem Verlag vorher gehört und ich habe auch keine Forschungen angestellt, deswegen mir war das komplett neu. Mir war das auch neu, aber gerade deswegen habe ich mich dann an dieses Experiment herangetraut. Wir sind ja Comic Cookies, wir besprechen auch ab und zu mal Titel, die nicht unbedingt jeder auf dem Radar hat und weisen dann auch mal auf solche Sachen hin. Deswegen fand ich das schon ein schönes Experiment oder zwei schöne Experimente, die ich da gelesen habe. Das hat mir jetzt auch um die Zeit nicht wieder getan. Wir hatten ja als Comic Cookies schon mal ein Band von ihm bekommen, den der Steffen damals rezensiert hat, der auch vom Äußeren sehr spannend gemacht hat. Mit einem sehr dicken Pappeinband, also da ging es um einen Jungen und eine Geschichte mit einem Brunnen, wo das Unheil aus dem Brunnen kam und so weiter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und er ist da glaube ich emsig, was das betrifft. Er hat es jetzt glaube ich auf Twitter, also ich kann es ja eigentlich nur auf Twitter gelesen haben, weil ich es sonst nicht auf Social Media bin. Und also finde ich ganz gut, dass er das so aktiv dann auch bewirbt. Ich sehe gerade 56 Seiten sind es und das Ganze ist ein Hardcover. 12,90 Euro, wie schätzt du da einfach von der Verarbeitung her das Preis-Leistungs-Verhältnis ein, Patrick? Das Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich eher schade, dass es kein Softcover ist. Gerade auch wenn du bei Erbenland zum Beispiel ein jüngeres Publikum ansprechen willst, dann sind 12 Euro oder 14 Euro schon mal eine andere Hürde. Und da wird sich dann sowas anbieten. Und auch diesen Rotkäppchenband hat man relativ schnell durch. Also finde ich es nicht ganz so optimal, aber es ist okay. Sehr gut. Dann sind wir soweit fertig, schätze ich, mit der Besprechung von Rotkäppchen. Herr Doktor, Professor Doktor Breedstorm, wie sieht es denn bei Ihnen aus? Ja, Professor Doktor ist natürlich ein gutes Stichwort, weil in dem Spirio und Phantasio Spezial, was ich bespreche, geht es natürlich auch um einen Wissenschaftler, nämlich den Grafen von Rummelsdorf. Aber das tut es ja eigentlich immer bei Spirio und Phantasio. Zu 90 Prozent. Worum geht es in Spirio und Phantasio bei den Sowjets? Es ist eine, wir haben ja in letzter Zeit bei den Spezialbänden immer so eine besondere Betrachtungsweise von Spirio und Phantasio gehabt, dass sie entweder in die Zeit des Zweiten Weltkriegs zurückversetzt wurden oder Spirio war plötzlich ein Superheld oder was auch immer. In diesem Fall ist es so, dass es im Kalten Krieg spielt, also in den 50er, 60er Jahren, also auf der Hochphase des Kalten Kriegs, wo es so richtig losging. Und ja, der Graf von Rummelsdorf als bekannter Wissenschaftler wird von den Sowjets entführt, weil die Sowjets seine Expertise benötigen. Und zwar ist er ja ein bekannter Pilzforscher und der Plan, der perfide Plan der Kommunisten ist es, das Gen des Kommunismus über die ganze Welt zu verbreiten. Und zwar auf eine sehr wissenschaftliche Art und Weise. Sie wollen eine Rakete mit Wirkstoff in die Umlaufbahn schicken und dann den Kommunismus überall verbreiten. Das ganze Szenario wurde entwickelt von Fred Neidhardt und die Zeichnungen sind von Fabrice Tarin. Die Optik ist halt klassisch, wie wir sie von Franquin zum Beispiel kennen, deswegen fühle ich mich gleich abgeholt. Und es hat wirklich, ja, das komplette Aussehen, als wäre der Band wirklich von Franquin in den 60ern, 70ern oder so gezeichnet worden. Und auch das ganze Drumherum in dem Band ist auch so gehalten, dass du denkst, es stammt aus dieser Zeit. Also Ansichten über die Sowjetunion, den Warschauer Pakt, den Kalten Krieg, als wir endlich noch ein schönes Feindbild hatten und so weiter, ja. Die sind alle in diesen Band reingebaut. Und tatsächlich sind auch aus belgischer Sicht koloniale Ansichten da reingebaut worden. Was den Verlag gleich dazu bewogen hat, gleich mal auf die dritte Seite gleich so ein Disclaimer zu machen. Übrigens gibt es auf Seite 50 rassistische Äußerungen. Das ist aber in dem Kontext, wie das damals gesehen wurde. Ja, also das, sie machen da gleich ein Disclaimer ran, weil sie wissen genau, wenn sie das da reinbringen und auch wenn da eigentlich dem, den Kolonialisten ein Spiegel vorgehalten werden soll, wissen sie gleich, wie das Internet drauf reagiert, wenn sowas passiert. Also ich werde es gleich noch näher erläutern. Jedenfalls werden Spiro und Phantasio dann natürlich nicht müde, den armen Grafen von Rummelsdorf aus der Sowjetunion rausholen zu wollen. Und auch da bedient sich jedes Klischee, was man wirklich über den Ostblock und den Kalten Krieg hatte, den bösartigen Kontrolleur, wenn du da einreisen willst, wie die Zöllner dich dann fertig machen und alles rumdrehen. Sie bekommen zum Beispiel auch eine Fremdenführerin, eine ehemalige Kugelstoßerin, die mit ihnen die ganze Zeit durch die Gegend reist und je länger die mit denen rumreist, umso mehr wächst dann deren Bart, weil sie war früher mal eine Leistungssportlerin. Wir wissen ja, wie sehr da manchmal gedopt wurde und also natürlich sind es wieder sämtliche Klischees, aber die haben ja auch irgendwo ihren Ursprung und es gibt ja immer noch Sportler, auch in der DDR, die durch Doping und sowas heutzutage immer noch eingeschränkt sind halt. Also die wirklich harte gesundheitliche Probleme haben, aber hier wird es halt auf eine lustige Art und Weise rübergebracht. Alles, was man sich von der Sowjetunion damals vorstellt, ist drin. Wir haben einen Gulag, wir haben eine Militärbasis, wir haben Raketensilos, also alles, was da so drin ist, hat auch leichte Anspielungen immer zu James Bond. Und überraschend schaffen es dann Spiro und Phantasio aber nicht, den Wirkstoff des Kommunismus auf der Welt nicht verteilen zu können. Also die Rakete können sie nicht aufhalten und plötzlich ist die Welt halt komplett kommunistisch und auch dieses Klischee wird halt voll ausgerollt und das ist eben diese bewusste Seite 50. Ich habe diesen Disclaimer am Anfang nicht gelesen, als ich in den Band reingeblättert, also als ich das Comic gelesen habe, sondern habe das erst später gelesen, weil ich dachte, oh, hat das das Internet noch nicht aufgegriffen, was ist da los? Und zwar gibt es hier ein Panel, da sieht man in Afrika einen, ja, so einen Afrika-Forscher, so einen europäischen durch die Gegend laufen. Man sieht einen Afrikaner, der so ein bisschen aussieht wie ein Pirat bei Asterix. Da gibt es ja auch immer die großen Vorwürfe, dass das eine rassistische Darstellung ist, weil der mit sehr breiten Lippen dargestellt wird. Und der sagt jetzt zu ihm, wo er das, also der Europäer sagt zu dem Afrikaner, wo er das Gen des Kommunismus hat, jetzt bin ich aber mal dran, Genosse, warum sollen denn immer nur die minderwertigen Rassen schuften? Und du denkst so, wow, das hat er nicht wirklich geschrieben, weil heutzutage ist ja manchmal das Verständnis für Satire oder gerade wenn dem Rassisten dem Spiegel vorgehalten werden soll, hast du ja Leute, die das manchmal missverstehen, aber sie haben ja vorne den Disclaimer drin und ich habe dem Band tatsächlich noch nicht in so einem Zusammenhang gehört. Also da werden auch weitere Klischees verbraten über China, über die USA und natürlich auch Kommunismus zieht dann ein in Rummelsdorf und ja, das ist eine ganz besondere Atmosphäre, die das Ganze dann erzeugt. Man denkt viel über das Wesen nach, über politische Systeme und das haben sie hier eigentlich sehr gut mit in diesem Band eingebaut. Wenn man das Setting sieht, denkt man natürlich sofort an Spyro in Berlin, den wir ja auch schon gesprochen haben und auch da drin gibt es eine Anspielung in dem Band, da gibt es ja das bekannte Cover, was Flix gemacht hat und dieses Cover haben sie so ähnlich hier halt nochmal gemacht, eben dass er halt nicht mit einem Trabant über die Mauer fährt, sondern dass sie, was weiß ich, mit einem Mosquitsch oder Lada oder was immer es da gegeben haben mag, über so eine Gefängnismauer in diesen Lager da entkommt. Ja, also das ist eigentlich ein wunderbarer Band, mir hat er richtig viel Spaß gemacht, vielleicht gerade, weil so viele Anspielungen da drin sind und so viele Klischees auch verbraten sind und die, also man muss das natürlich erkennen, wenn du da ganz nüchtern rangehst und hast es vielleicht nicht mitbekommen, da denkst du, oh, was sind denn das für schlimme Klischees, die hier komplett verbraten werden, aber das soll halt ein Band genau aus dieser Zeit sein, also wie das damals gesehen wurde. Es gibt ja, es gab ja schon einen anderen Spiro Band, wo Spiro in Moskau ist, aber der hat dann halt in der Zeit nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion gespielt, was wieder ein ganz anderes Setting ist. Und ja, es wird sogar eine Anspielung auf Tim und Stroh, also Tim im Lande der Sowjets gebracht, das ist ein ganz alter Band, wo es halt wirklich noch, also ich glaube sogar vor dem Zweiten Weltkrieg ist es sogar noch, wo Hergé schon sehr, sich sehr negativ mit der Sowjetunion damals auseinandergesetzt hat. Und was ihm ja auch immer später noch vorgeworfen wurde, selbst darauf haben sie eine Anspielung mit eingebaut. Also ich bin rundum zufrieden und kann diesen Band eigentlich nur empfehlen. Ist auch ein hübsches Ding, also muss ich sagen, es sieht irgendwie sehr interessant aus. Klar, es ist relativ flach koloriert, sehe ich hier in der Leseprobe, also es gibt eigentlich immer nur eine Farbe, Großschatten oder so, gibt es in dieser Art von Kolorierung, Koloration, Kolorierung nicht. Aber ist sehr detailverliebt auch alles, ne? Also die ganzen, irgendwelche Wände sind total geil, Brüden und so, das ist nicht einfach nur irgendein flacher Quatsch im Hintergrund, das ist schon, da ist viel Arbeit reingeflossen. Sieht halt genau aus wie die alten Spiro. Aber da hat der Andi ja noch nicht reingeschaut, das weiß ich. Die alten, ja. Ich habe keine Ahnung von. Ja, ich finde das ein guter Start. Da fahren wir doch bei alten Problemthemen an. Ja, wir werden jetzt nicht wieder aufreißen, nein. Aber jetzt gerade, jetzt ist ja so langsam ein bisschen angefixt, also jetzt, das ist so, das ist so der erste Schritt. Also Ende des Jahres kommt es besser. Das ist schon mal, das ist, das ist echt der richtige Schritt. Also wir sind alle direkt druckt gewesen und haben gerade nachgeforscht, was es mit diesem Band auf sich hat. Ich bin auch dezent angefixt, also klingt schon mal recht interessant. Freestyle, wir sollten auf jeden Fall aber trotzdem nochmal über das Ding sprechen, was du auf Seite 3 da erzählt hattest, nämlich dieser Disclaimer. Und ich kann mich an eine ähnliche Geschichte erinnern, zuletzt hatten wir das auch im aktuellen Lucky Luke Band, den ich zwar nicht gelesen habe, aber da fällt das N-Wort und es geht halt um einen schwarzen und irgendwie geht es auch um eine Baumwollplantage und das ist vielleicht in irgendeiner Form von Kontext zu sehen oder so. Aber es gab da durchaus auch Stimmen, die laut aufgeschrien haben von wegen hier, das müsse nicht sein. Und man hätte das in dem Fall auch anders sagen können. Der Verlag oder die Kreativen dahinter sagen wiederum, dass es im Kontext der Situation zu sehen ist. Natürlich auch im gewissen Rahmen in der Zeit, in der das quasi spielt. Jetzt sind es aber eben auch irgendwie alles fiktionale Geschichten. und so ein bisschen muss man sich schon fragen, ob diese Worte wirklich sein müssen. Wie stehst du dazu? Willst du da vielleicht mal Stellung zu beziehen? Wie hat dir dieser Disclaimer gefallen? Hat dir deinen Lesefluss kaputt gemacht? Hättest du den gebraucht? Hättest du den nicht gebraucht? Erzähl mal. Also ich hatte ja schon gesagt, ich war vollkommen überrascht, das zu lesen, weil ich den Disclaimer erst nicht gelesen hatte. Und dann habe ich nachher nochmal drin rumgeblättert und dann habe ich das gesehen. Ich dachte, also jetzt natürlich auf Seite 4 ist es tatsächlich komplett in Rot, steht es auch drauf. Aber das ist normalerweise, wo du das Impressum hast und ein paar Erläuterungen, wer ist Biro, wer ist Fantasio. Und deswegen, ich bin gleich mit der Story eingestiegen. Aber ich finde, sie haben das erklärt. Und zwar schreiben sie, zum Zeitpunkt der Ereignisse der vorliegenden Geschichte stand die heutige Demokratische Republik Kongo unter der Fremdherrschaft der Belgier. Die rassistischen Äußerungen auf Seite 50 sollten daher aus dem Selbstverständnis der damaligen belgischen Kolonialisten gelesen und verstanden werden. Also es geht halt, wie hätten die so ein Band damals wahrscheinlich gemacht. Und damals, also es gibt ja diverse Beispiele. Es gibt ja einen weiteren Tim-und-Struppi-Band in Afrika. Da ist es, glaube ich, nicht so derb. Also es geht auch in die Richtung, zwar ist das, wie ist das im Kongo-Go? Nee, Operation Nashorn. Operation Nashorn ist es, glaube ich. Und Tim im Kongo gibt es natürlich auch. Das ist natürlich ganz derb in die Richtung. Und ich glaube, darauf beziehen die sich so ein bisschen. Aber wie gesagt, die Kante ist ganz klar. Und auch, wie gesagt, man schluckt ja auch, wenn man sagt, der Wirkstoff der Kommunismus geht über die Welt. Aber trotzdem ist es halt satirisch immer gut durchgezogen. Und also tatsächlich könntest du ein Kind irgendwie lesen. Aber als Erwachsener verstehst du dann natürlich auch mehr davon. Also du kannst den Kontext eher herstellen. Ich will das Thema gar nicht zu tief machen, weil dann werden wir heute nicht mehr fertig. Aber ich habe ja den Lucky Luke Band dann gelesen. Ich hatte zuerst die Diskussion auch gesehen. Also oder eine Diskussion, die auf Twitter stattfand, mögen auch noch andere Diskussionen stattgefunden haben. Aber ich sah eine spezifische, wo es eben genau um die Verwendung des N-Wortes ging. Und das einmal benutzt wird im Lucky Luke. Ich habe den Band dann gelesen. Ich glaube, in dieser Diskussion waren diverse Menschen beteiligt, die den Band nicht gelesen haben. Falls doch, habe ich mich im Nachhinein sehr gewundert. Es werden auch zweimal rassistische Begriffe für amerikanische Ureinwohner benutzt. Und darauf ist keiner eingegangen in der Diskussion. Aber das ist mir beim Lesen dann gleich aufgefallen. Vielleicht, weil da dieser Begriff im Lucky Luke-Kontext einfach auch traditioneller noch verhaftet ist als das N-Wort. Das weiß ich nicht. Könnte ich mir aber vorstellen, dass das vielleicht eine Begründung ist, warum das keinem aufgefallen ist. Und habe mir dann aber auch im Nachhinein Gedanken darüber gemacht. Ja, die Argumentation ist natürlich Kontext, Satirisch, Darstellung der Zeit etc. Auf dem Standpunkt kann man sein. Ich fand dann aber auch ein Argument eigentlich nicht zu verachten. Weil jemand meinte, ja, muss ja auch mal davon ausgehen. Eigentlich, wir sehen es vielleicht nicht immer so, aber eigentlich ist die Zielgruppe doch jünger als wir. Auch wenn die meisten Comics vielleicht eben von Mit-40ern wie uns oder ihr seid nicht alle Mit-40, aber Mit-30ern, Mit-40ern gelesen werden. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie bewertet man dann diese Begriffe im Vergleich zu anderen Begriffen, die niemals in so einem Band vorkommen würden. Also niemals würde jemand in einem Lucky Luke-Band zum Beispiel sagen, verfickte Scheiße oder irgendwie sowas. Solche Begriffe würden nicht fallen. Da gäbe es überhaupt gar keine Diskussion. Das würden die niemals drucken. Und dann habe ich mir eben die Frage gestellt, okay, also wenn verfickte Scheiße nicht vorkommt in so einem Band, das N-Wort aber schon, dann heißt es ja, der Verlag hat beschlossen, das N-Wort ist für Kinder nicht so schlimm, wie wenn wir da reinschreiben würden, verfickte Scheiße. Und das ist ein Argument da, ich finde das tatsächlich diskutabel. Also da kann man mal drüber nachdenken, das hebelt vielleicht auch so dieses Satire und im Zeitkontext zu sehen, was dann eben vielleicht das Kind, das den Band in der Stadtbücherei liest, nicht mitbringt. Dieses Satireverständnis oder Kontext in der Zeit oder vielleicht auch mit dem Disclaimer am Anfang nichts anfangen könnte. Belgischer Kolonialismus, was ist das? Jetzt ist die Darstellung, also da geht es jetzt nicht um Worte so richtig, also gut, Untermensch war es nicht, aber so ähnlich hast du, glaube ich, vorgelesen gehabt, ne? Minderwertige Rasse. Minderwertige Rasse, okay. Ja, okay. Ja, das wollte ich eigentlich nur zu dieser Lucky Luke Diskussion noch so, noch, noch sagen. Ohne, wie gesagt, das jetzt, da eine Diskussion richtig draus zu machen. Ich habe da auch keine, ich habe da nicht diesen hundertprozentigen Standpunkt, den andere Menschen haben, die mit vollkommener Sicherheit wissen, dass sie auf der richtigen Seite sind und die richtige Einstellung dazu haben, sei es auf der einen Seite oder auf der anderen Seite. Da sehe ich mich nicht, ich sehe mich da so irgendwo zwischendrin. Ich finde das spannend, darüber nachzudenken und auch spannend, das zu diskutieren und verschiedene Argumente abzuwägen. Aber das war dann so der Punkt, bei dem ich irgendwann angelangt bin, weil ich auch erst dachte, ja, für mich so, ich denke, ich könnte damit leben, dass das Wort da drin ist, wenn man das dann im entsprechenden Kontext sieht, aber dann so mit dem Vergleich, welche Worte auf keinen Fall in so einem Comic auftauchen würden, dachte ich mir so, naja, vielleicht, ich fände es, glaube ich, ich fände es vielleicht weniger schlimm, wenn ein Kind verfickte Scheiße lesen würde, als wenn es das N-Wort liest. Aber das ist dann wieder nur so mein Verständnis von Sprache. Was man diesem Lucky Luke Band aber zugute halten muss, ich habe den ja auch gelesen, dass er dann trotzdem mit einigen Klischees abräumt und schon klarstellt, dass das so nicht in Ordnung ist. Ja, ja, das ist ja inhaltlich, und das hat aber auch in der Diskussion ja auch niemand angezweifelt. Also auch die Menschen, die gesagt haben, die Verwendung des N-Wortes stört mich, haben gesagt, an sich ist das ein guter Band und eine gute Geschichte und auch eine gute Message in dem Band und so. Es wäre aber noch schöner, wenn eben auch diese rassistischen Begriffe nicht reproduziert werden würden. Also ich fand, also wenn ich gerade so drüber nachdenke, finde ich es total interessant, in den anderen Spiro-Bänden, die im Zweiten Weltkrieg spielen, ist klar, wer da böse ist. Ja, also da kommt die Wehrmacht, überrennt alles und die armen Belgier sind die Geknechteten. Aber hier ist ja wirklich, dass der Autor sagt, übrigens Belgier, nachdem die Nazis weg waren, habt ihr ja noch einige Jahre mit dem Kolonialismus und auch mit deutlichen Rassismus gegen Afrikaner weitergemacht. Und das ist jetzt für mich ein neuer Ansatz, weil ich das so aus dem Spiro jetzt noch nicht so direkt kannte. Und es ist auf jeden Fall schon allein, dass es uns dazu bringt, darüber zu sprechen, wie wir das empfinden oder so, ist ja vielleicht schon der Hinweis, dass es gut ist, dass das eingebaut wurde in dem Band. Es gibt natürlich dann noch weitere Panels, die sich dann nochmal auf dieses Panel beziehen. Also es gibt nicht nur das eine Panel in Afrika, es kommen noch zwei weitere. Und es kommen auch andere zu dem, was er in China angesprochen hat, zum Beispiel. Und ich denke, die Auflösung am Schluss ist dann eine sehr versöhnliche. Prima. Ja, vielen Dank für den Ausflug. Captain Breedstorm. Quatsch, Captain Breedstorm. Captain Andy. Wie sieht es bei dir aus? Das halbe Bier ist schon weg und schon verschmeißt er hier sämtliche Superhelden-Namen. Schall und Rauch sind doch Namen, weißt du doch. Also, der erste Band, den ich vorstelle. Spontan waren die nicht. Es ist super schwierig, was zu nehmen, was nicht generisch klingt, weil ich versuche mal vier verschiedene Dinge zu finden, weil alle heißen irgendwas mit Man. Und das ging nicht. Also musste ich mir schon was überlegen. Da habe ich ein bisschen Zeit investiert. Drei Fische. Deswegen haben wir eine Stunde später aufgenommen. Also, der erste Band, den ich mitgebracht habe, ist der Band, den ich auch bei unserer Social-Media-Aktion zum Jahreswechsel empfohlen habe. Wir haben ja auf unseren verschiedenen Social-Media-Kanälen über den Jahreswechsel jeden Tag einen anderen Comic aus dem Jahr 2020 vorgestellt. Also, jeder von uns und noch andere Freunde des Podcasts haben da so einen ihrer 2020-Lieblinge ausgesucht, den wir dann da präsentiert haben. Und für mich war das der Band Wildblumen, erschienen bei Zwerchfell, geschrieben und gezeichnet von Sascha Gallion oder Gallion, G-A-L-L-I-O-N. Bin mir nicht zu 100% sicher, wie der Mensch entsprechend seinen Nachnamen ausspricht. Das ist ein relativ kleiner, kurzer Band, auch in so einer Tacker-Heftung. Also kein Hardcover, nicht fadengebunden, sondern Tacker, wie so ein klassisches Heft, aber auf einem dickeren Papier. Also, es kommt schon wertiger daher als jetzt so ein Superman-Heft oder so etwas. Das ist nahezu wortlos, beziehungsweise die Figuren sprechen nicht. Es gibt an einer Stelle, kann man mal einen Zeitungsartikel lesen, der auch für die Handlung beiträgt, der ein bisschen die Welt klar macht, weil das über Dialoge eben nicht passiert. Und gegen Ende gibt es noch ein paar Sprechblasen, die aber nur Geräusche eigentlich dargeben, Tiergeräusche oder auch mal Gelächter. Aber es gibt sonst keinen gesprochenen Dialog. Worum geht es in Wildblumen? Es ist eine dystopische Geschichte. Es spielt in einer Welt, die sehr grau ist, in der die Natur aus der Stadt komplett vertrieben ist. Die Welt wird einem dargestellt nur mit Kraftwerksschloten und Verkehrslärm und wie Bäume niedergesägt werden. Und in diesem Zeitungsartikel, den man dann im Laufe der Geschichte lesen kann, kann man auch erfahren, dass tatsächlich Natur offiziell aus der Stadt verbannt ist. Es geht darum, es gibt so eine kleine revolutionäre Bewegung vielleicht sogar, in dieser Geschichte wir sind ja hauptsächlich von einer Figur, die Wildblumen in der Stadt pflanzt, beziehungsweise die Samen aussät und dann wachsen da Blumen. Und dann kommt die AEF, die Anti-Flower-Einheit und beseitigt diese Pflanzen dann auch wieder. Also das ist quasi ein urbaner Terrorismus in der Stadt, irgendwelche Pflanzen anzupflanzen. Es gibt eine, wir haben mit einer männlichen Hauptfigur, wir begleiten eine männliche Hauptfigur auf dem Weg durch die Stadt. Auf diesem Weg wird uns diese Welt visuell gewissermaßen erklärt, wie ich gesagt habe, mit den Schornsteinen und den Baustellen etc. Und diese Figur liest dann eben auch so eine Zeitung, so ein Magazin, wo wir dann diesen Artikel lesen können, Blumenterror erneut Wildblumen an der U-Bahn-Station City West. Und dann diese Erklärung mit der Anti-Flower-Einheit etc. Und diese Figur kommt dann tatsächlich an diesen Ort, wo diese Wildblumen gerade entfernt werden von der Anti-Flower-Einheit und stößt dort mit einer weiblichen Figur zusammen. Dieser weiblichen Figur fallen dann so Bücher und diverse Sachen aus der Hand und die männliche Figur hilft beim Aufheben und entdeckt dann auch, dass unter all diesen runtergefallenen Sachen auch ein kleines Päckchen mit Samen für Wildblumen waren. Und macht sich dann auf die Suche bzw. geht dann dieser Dame hinterher und sucht, wo die wohl herkam. Findet die im Endeffekt dann auch und trifft sie auf dem Dach des Hauses, in dem sie anscheinend wohnt. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich auch ein bisschen mehr auf die visuelle Ebene des Comics eingehen muss. Diese ganze erste Geschichte bis zu dem Punkt, wo dieser, ich sage mal, junge Mann auf dieses Dach kommt, ist komplett in, ich sage, grau gehalten. Also es ist in so einem Aquarellstil, in Abstufungen von grau, bläulich, grünlich, sehr, sehr düster. Also gerade so, wie man sich diese Stadt auch vorstellen kann, in der es keine Blumen gibt, in der es keine Farben gibt, in der nur Rauch und Lärm ist. Und dann in dem Moment, wo diese Figur dieses Dach betritt, werden die Seiten komplett farbig. Denn diese junge Dame, die auch für die Wildblumen verantwortlich ist, hat dort oben einen kleinen Garten angelegt, so ein Gewächshaus. Und dann zwitschert da auch ein Vogel und da streunt eine Katze herum. Und diese letzten Seiten in dem Comic sind dann eben komplett in Farbe, wie diese zwei Menschen sich auf diesem Dach begegnen und sich da zusammen hinsetzen und was trinken und diese Farben genießen. Und das allerletzte Bild ist dann, weil er, er hat ja dieses Päckchen mit den Blumensamen gefunden und zeigt ihr das dann quasi, dass er das gefunden hat. Und dieses Päckchen machen sie dann auf und verstreuen die Samen über der Stadt. Das ist so das letzte Bild, wie diese Samen über die jetzt farbige Stadt hinweg wehen. Ich mag den Zeichenstil, Aquarellstil total gerne. Das ist, glaube ich, auch das, was mich unter anderem mit aufmerksam gemacht hat auf das Buch, auf das Heft. Was ich natürlich nicht verschweigen kann, was mich auf jeden Fall aufmerksam gemacht hat auf das Heft, ist, dass die Figuren alle Masken tragen. Und mit Masken und Monstern kriegt man mich leider immer. Monster sind hier jetzt keine drin, zu Monstern komme ich später noch, aber Masken sind hier drin. Also die Figuren sind gesichtslos. In dieser grauen Welt sind auch die Menschen alle gesichtslos. Alle tragen so eine weiße Maske, sieht ein bisschen aus wie eine Eishockey-Maske, allerdings nicht mit diesen ganzen Öffnungen, so nur mit zwei Öffnungen für Augen, aber ansonsten so ein weißes Schild mit Augen öffnen, das man vor dem Gesicht trägt. Und dann, als dann der junge Mann das Dach betritt und dort die junge Dame trifft und die junge Dame trägt also keine Maske. In dieser bunten, pflanzen- und tierbevölkerten Welt trägt sie keine Maske, man kann atmen. Das ist auch dann der Moment, er nimmt dann seine Maske auch ab und man sieht, wie er mal kräftig durchatmet, was eben unten in der grauen und verpesteten Stadt so nicht geht. Also Masken kriegt man mich, dieser Aquarell-Stil kriegt man mich. Also mir hat dieses Bändchen sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, erschienen beim Zwerchverlag, kostet sieben Euro. Sascha Gallon finde ich ganz spannend. Er hat auch auf seiner Website eine Nachfolgegeschichte gemacht. Also es gibt eine Fortsetzung, eine kurze Fortsetzung, eine Weihnachtsgeschichte. Kann man auf seiner Website lesen, die Website heißt handschuhfisch.de und da kann man dann diese beiden Figuren, die sich also da auf dem Dach getroffen haben, wieder sehen, wie sie eine Weihnachtsgeschichte erzählen, kann man fast sagen. Also Empfehlung von mir, Wildblumen von Sascha Gallon erschienen bei Zwerchfell 2020. Hat einer von euch das schon mal irgendwie gesehen, außer in meinem Post oder kam das schon mal bei euch irgendwo vorbei in eurer Wahrnehmung? Ja, der Sascha und ich, wir sind natürlich Facebook Buddies und da ist mir irgendwie schon mal was in den Feed reingeschwappt. Muss aber sagen, dass ich bis auf das Cover jetzt nichts kannte, aber das wäre sowas, wenn das jetzt in Erlangen vor mir auf dem Tisch läge und er unterzeichnet und macht noch seine Signatur rein, dann würde ich mir das auf jeden Fall holen. Ich finde es ganz interessant, auch diese Geschichte mit diesem Wildblumen überall in der Stadt verteilt, also aus inhaltlicher Sicht. Ich hatte es vor einigen Jahren, glaube ich, sogar mal gesehen, sogenannte Seed Bombs, ja, also quasi selbst gebastelte kleine Bällchen aus Erde, in denen auch so Samen von so Wildblumen drin sind. Also das gibt es wirklich. Das ist auch so eine Art, ja, urbane Guerillataktik, wenn man so will, um halt zum Beispiel so Wildwiesen zu ermöglichen für eben Insekten, die ja quasi in Städten gar nichts mehr haben. Diese ganzen Steingärten, die letztlich, ja, einfach überhaupt gar keine Lebensräume mehr bieten für viele Insekten. Also daher kannte ich diese Idee mit diesem, ja, Samen irgendwo verteilen echt so ganz gut. Wenn man irgendwo an einem, ja, an einem verlassenen Gelände vorbeikommt, wo da nichts ist außer Unkraut, dann kann man da auch mal so eine Seed Bomb platzieren. Also das finde ich inhaltlich total interessant, aber an dem Comic selber habe ich noch jetzt nicht so viel Berührungspunkte gehabt. Ja, wäre auch gerade so in der Preisklasse auf jeden Fall was, was ich so am Stand gern mitnehmen würde. Ja, ich bin sehr gespannt, was da in Zukunft noch von dem Herrn rauskommt, weil, wie gesagt, ich fand dieses jetzt halt sehr vielversprechend. Und visuell würde ich da auf jeden Fall wieder was angucken, wenn er was Neues veröffentlicht, wenn er was Neues rauskommt. Wenn ich das so aus den Widmungen richtig verstehe, war der auch beim Comic-Seminar in Erlangen mindestens einmal, vielleicht auch öfter. Da sind ja auch immer mal wieder gute Leute bei rausgekommen oder gute Menschen, die schon Sachen veröffentlicht haben, sind da immer mal wieder mit dort bei dem Comic-Seminar. Also ist auf jeden Fall beim Comic-Salon selbst auch immer eine interessante Ausstellung, wenn dann die Werke der Teilnehmer vom Comic-Seminar dort ausgestellt werden. Da kann man auch immer ganz tolle Sachen finden. Und Sascha Gallon scheint einer davon zu sein. Also würde ich auf dem Schirm behalten. Patrick, wie sieht das bei dir aus? Hast du von Wildblumen schon irgendwas gehört oder gesehen? Bis auf seinen Post leider nicht. Bin da aber ganz bei dir. Wenn der mal bei einer Signierstunde wäre, dann würde ich das auch mitnehmen. Schon allein das Preis-Leistungs-Verhältnis ist da auch wieder sehr gut. Und der Stil hat mich jetzt auch schon ein bisschen angefixt bei dem, was ich jetzt hier vor mir sehe. Also gerade beim Stöbern. Super interessante Idee, wirklich. Und Breedstorm, du hast da vermutlich auch noch nicht drin geblättert, ne? Nein, auch nur bei uns im Chat gesehen. Ich finde das Thema Guerilla-Gardening aber interessant. Weil es ist relativ einfach, sich eine Farbdose zu kaufen und seinen Namen überall hin zu schmieren. Aber zu sagen, ich lege jetzt mal hier bei Nacht und Nebel ein Beet an, das ist eine ganz andere Geschichte. Und die, die ich auch ganz anders bewerte. Also das war mal eine Zeit lang, hatte ich das Gefühl, war das ein bisschen in, wo man sowas auch gesehen hat. Moos-Graffiti. Genau wie diese Menschen, die... Nee, gab es wirklich. Also Moos-Graffiti war da auch so ein Ding. Und das würde sagen, das war so vor 15 Jahren ungefähr, war dieses ganze Urban Guerilla-Thema sehr groß. Auch diese ganzen Strick-Sachen, die plötzlich um so Verkehrs-Pollern aufgetaucht sind und sowas. Und auch Moos-Graffiti, dass man irgendwie so eine Samenpampe in einer bestimmten Schrift oder Form an eine Wand macht. Und dann eben ein Bild aus Moos dort wächst und solche Sachen, ja. Ja, war mal ein großes Thema da, so vor 15 Jahren ungefähr. Hier bei mir aus einem Hof ist das immer noch ein Thema. Also da ist auch einiges am Moos, aber ich kann keine Form mehr kennen. Ja, da kann ich auf jeden Fall schon mal, das hat einen Hinweis geben, ein Tease quasi. Davon wisst ihr auch noch nix. Das Ganze erscheint ja beim Zwechfell-Verlag und das Programm vom Zwechfell-Verlag für nächstes Jahr, für dieses Jahr, wir haben ja schon 2021, ist auch bereits veröffentlicht. Und es sieht sehr, sehr gut aus, dass wir wieder drei große Interviews führen können zu aktuellen Veröffentlichungen des Zwechfell-Verlags. Sehr viel genauer will ich noch nicht ins Detail gehen, aber es sieht doch echt ganz gut aus. Also ein bisschen in der Richtung wie das, was wir auch schon zu Yellowstone gemacht haben. Gerne irgendwie auch als Crossover zwischen verschiedenen Podcasts, müssen wir mal schauen, was da rauskommt und was die Zeit vor allem so hergibt. Und ganz spannend fand ich übrigens deinen Ausflug auch zu Masken, Andi. Ich habe so ein bisschen die Ahnung, dass wenn wir alle vier auf einem Slipknot-Konzert wären, wir alle zusammen irgendwie gut Spaß hätten. Unbedingt. Wahrscheinlich auch alle unterschiedlichen Masken dann. Ja, geil. Okay, dann bin ich mal dran. Mir geht es heute unter anderem um den Comic Gegen mein Gewissen. Und Gegen mein Gewissen behandelt die Geschichte von einem Herrn Brinkmann. Herr Brinkmann hat auch einen Vornamen. Professor Doktor? Nee, Hermann Brinkmann. Hat er jetzt nicht verstanden. Hermann Brinkmann. Die Anspielung kennt er nicht, also zu jung. Bitte, wiederhol doch mal. Der ist Professor Doktor Brinkmann. Oh Gott, den habe sogar ich verstanden. Das ist so ein Fernseharzt oder sowas. Gute Spur, gute Spur, ja. Oh, warm. Das ist nicht irgendein Fernseharzt, das ist der Fernseharzt. Nee. Alles klar, merkst du schon. Das hier ist leider ein weniger amüsantes Thema, nicht minder unterhaltsam. Denn seine Nichte von diesem, ja eben, Hermann Brinkmann hat diesen Comic auch gemacht über ihn. Wer ist das eigentlich? Das ist jemand, der in den 70er Jahren den Kriegsdienst verweigern wollte. Hat er auch gemacht. Blöderweise hat das rein gar nichts gebracht. Er wurde trotzdem eingezogen und hat sich, weil er halt durch und durch Pazifist war, dann das Leben genommen. Und das Leben nehmen, die darauf folgende Traueranzeige seiner Familie, in der Vorwürfe gegen die Bundeswehr und das damalige Gebaren der Einberufung von jungen Männern formuliert wurden. Das war ein Riesending, Riesenskandal. Da gab es auch wirklich Änderungen, gesetzliche Änderungen. Und das ist wirklich in einem geschichtlichen Kontext zu sehen. Punkt. Und das ist halt, ich will einfach nur darauf hinaus, die Geschichte von diesem Hermann Brinkmann wird ja einfach erzählt, wie er quasi gezwungen wird, zur Bundeswehr zu gehen. Wie er aufwächst, wie seine Familie reagiert, die ihn übrigens sehr unterstützt darin. In dieser pazifistischen Haltung zumindest fast alle, bis auf den Vater, der da noch ein bisschen am struggeln ist. Ist auch eine ganz andere Zeit in den 70ern in Deutschland gewesen. Das muss man alles sehen. Und sehr viel mehr will ich hier auf die Handlung auch gar nicht eingehen. Denn, das ist so eine Frage, die ich euch gleich mal stellen möchte. Wenn ihr einen Comic machen würdet und an dieser Stelle nochmal liebe Grüße an die Hannah Brinkmann, die, wenn alles klappt und auch davon wisst ihr noch nichts, in dieser Ausgabe schon mal zu hören gewesen sein wird. Dann ist es halt ein Comic über genau dieses Thema. Und dann gibt es so ein paar Punkte, die müssen halt abgearbeitet werden. Jetzt mal so ins Blaue gesprochen, wenn ihr diesen Comic machen würdet, diesen Comic gegen mein Gewissen, eben Kriegsdienstverweigerung als Pazifist. Was für Szenen würdet ihr euch auf jeden Fall vorstellen, dass die drin vorkommen würden? Einberufungsbescheid, Musterung. Richtig. Also, abbücken bei der Musterung. Also, nee, so intensiv gehen sie nicht ins Detail bei der Musterung. Nee, bei mir schon. Auf jeden Fall den Typen am Ende ziemlich gebrochen und komplett fertig mit der Welt. Genau, schwer depressiv. Das Ganze kriegt hier in dem Comic auch noch, wie gesagt, noch eine geschichtliche Einordnung. Wir kriegen hier dankenswerterweise überhaupt erstmal eine Darstellung. Wir müssen vielleicht mal kurz mal auch ein bisschen Vergleiche ziehen von heute und damals. Heute ist der Grundwehrdienst ausgesetzt, soweit ich das weiß, auch von der Formulierung her. Ich selbst war noch in einem der letzten Jahrgänge der Leistenmuster, habe aber Zivildienst gemacht. Das war aber relativ easy. Also, diese Verweigerung zu schreiben war jetzt nicht unbedingt eine Herausforderung. Das war ein Schreiben, habe ich hingeschickt. Als Antwort kam ein, yo, gib dir, mach, was du Bock hast, muss nicht zur Bundeswehr. Das war relativ entspannt. Aber in den 70ern, wo halt eben nach dem Zweiten Weltkrieg die Bundeswehr quasi wieder aufgebaut wurde, da war es schon irgendwie so eine Art Selbstverständlichkeit zur Bundeswehr zu gehen. Und die war auch politisch gewollt. Obwohl ja schon im, ich habe das hier stehen, Artikel 4 Absatz 3 des Deutschen Grundgesetzes steht, niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Und das wird halt, dieses Grundrecht wird ausgehebelt zum damaligen Zeitpunkt, so dass du quasi dein Gewissen erstmal begründen musst, vor einem Ausschuss von Leuten, die sehr gut trainiert darin sind, dir klarzumachen, dass du gar kein Gewissen hast und dir letztlich trotz deiner super Formulierung, die du vielleicht alle am Start hast, dir dieses Gewissen absprechen und du dann letztlich dann trotzdem aus irgendeinem Grund zur Bundeswehr musst. Und das erfahren wir hier, wie gesagt, in geschichtlicher Einordnung. Wie kam es dazu? Welche politischen Parteien sind ja wie involviert? Und eben auch eine liebende Familie. Und so ein bisschen letztlich dann auch den inneren Konflikt von Hermann, der als Pazifist so gar keinen Bock auf Kriegsdienst hat, der es auch blöd findet, dass zum Beispiel sein Vater jagen geht und da auch mit einfach auf Lebewesen schießt. Das ist schon als kleiner Junge für ihn total herzzerreißend und nicht nachvollziehbar. Und deswegen ist es für ihn auch eine absolute Katastrophe, als er dann plötzlich zur Bundeswehr soll. All das erleben wir hier, können das mitverfolgen. Und da muss man auch ganz ehrlich sein, von der reinen Handlung her ist da jetzt keine Überraschung drin. Wer weiß, wie es ausgeht, nämlich mit dem Selbstmord, der ist da jetzt nicht unbedingt überrascht. Vielleicht so ein bisschen, weil die geschichtliche Darstellung den einen oder anderen überraschen wird, weil das wie gesagt heutzutage oder in den letzten 10, 20 Jahren dann doch alles ein bisschen anders gewesen ist. Sehr viel herausragender ist da dann schon das Artwork, auf das ich gleich zu sprechen kommen werde. Was mir allerdings sehr gut gefallen hat, sind dann die Szenen ganz am Ende des Comics, der ungefähr 230 Seiten hat. Da kriegen wir nämlich plötzlich einen sehr intensiven, auch familiären Einblick. Er ist dann tot und dann kommt die Frage plötzlich, wie geht die Familie mit seinem Selbstmord um? Wie wird zum Beispiel auch der Bildreporter vom Grundstück der Familie geverjagt und so? Und das sind so die Dinge, die ganz sicher in keinem Sternartikel, was glaube ich, der hier abgedruckt ist oder Spiegelartikel, der ist auch im Comic mit drin. Das sind so Dinge, die dann da plötzlich auftauchen, die ich super interessant fand und die aus meiner Sicht noch ein bisschen mehr Überraschung geboten haben als der eigentliche Comic, der letztlich wirklich, wenn man die grob Zusammenfassung kennt, ein bisschen vorhersehbar ist. Was aber kein Vorwurf sein soll. Ganz im Gegenteil, er liestlich sehr gut, sehr interessant und hat jetzt keine Pacing-Probleme, möchte ich mal sagen. Was heraussticht und das ist wirklich toll und das ist auch eine Masterarbeit gewesen, soweit ich das weiß hier von der Hanna Brinkmann, ist das Artwork. Das ist auch sehr detailverliebt. Das sind, ich weiß nicht, also mit Details ist ja das eine Thema. Ich sage immer detailverliebt, aber eigentlich sind das gar nicht so die Details. Es ist mehr so die Frage, wie sie Flächen gestaltet und was sie da macht. Und das sind zum Beispiel unter anderem ganz viele, ganz viele kleine Punkte im Hintergrund auf der Tapete, die alle handgemacht sind. Oder da sitzen Leute, wie das in den 70ern halt so scheinbar üblich war für irgendeine Holzvertefelung. Und diese Holzvertefelung, die hat ganz feine Holzstriche, ganz, ganz viele feine Holzstriche. Oder wir sehen das auch bei den Promobildern zu dem Comic. Der Hermann steht dann vom Kreiswehrersatz an, wo er zu einem dieser Termine muss, vor dieses Komitee halt, um sich das zu äußern. Und dann siehst du da halt die Steine und dann hast du, die Steine haben einfach ganz, ganz viele kleine Schattierungen und so. Die Haare sind super toll. Wolle, Pullovern. Also ich könnte jetzt ganz viele unzählige Beispiele nennen, wo ja ganz sicher sehr, sehr viel Arbeit in das Artwork geflossen ist. Das ist aus meiner Sicht das große Highlight des Buchs darstellt. Es ist eine äußerst persönliche, familiäre Geschichte. Und wir kriegen auch raus, das ist so ein bisschen das, was auf den Bonusseiten hinten drauf ist, geschrieben wird, dass als Hannah hier begonnen hat, diesen Comic machen zu wollen, Recherche eben auch quasi mit der eigenen Familie auch gemacht hat. Sie dann natürlich alte Wunden aufgerissen hat. Und dass jetzt auch den Familienmitgliedern, den Brüdern und ich glaube der Vater und die Mutter, die gibt es auch noch oder so, also quasi ihre Großeltern müssten ja das dann sein. Das hat einfach alte Wunden aufgerissen und die fanden das teilweise erstmal alle gar nicht so geil, dass sie das jetzt irgendwie nochmal alles so da im Detail besprechen möchte. Aber letztlich sind sie alle sehr dankbar und auch wir können ihr dankbar dafür sein. Diese, denke ich, sehr wichtige Geschichte der, ja, einfach gar nicht allzu alten Bundeswehr, ja, Entstehungszeit oder deutsche Nachkriegsgeschichte vielleicht ein bisschen noch allgemeiner formuliert. Das jetzt hier als Graphic Novel im Avant Verlag zu bekommen, können wir sehr dankbar sein. Das ganze kommt für 30 Euro als Hardcover raus und ist echt ein schönes Ding. Hat, wie gesagt, relativ wenig Überraschung, muss es auch nicht haben, denn es zeigt vor allem das innere Leben von Hermann, gerade die Darstellung, wie er halt dann mit sich selbst beschäftigt ist, wie er verzweifelt, wie er auch in eine schwere Depression dann verfällt, wie er sich im Bett verkriecht. Er musste dann eben auch drei, also das lief ungefähr so ab, er muss dann voreinberufen vor diesem Ausschuss und der kriegt halt einen negativen Bescheid, von dem er muss trotzdem zur Bundeswehr und du kannst aber nochmal Berufung einlegen und Berufungstermin ist in drei Monaten. In diesen drei Monaten muss er aber trotzdem eingezogen werden, geht er trotzdem zur Bundeswehr, muss er den kompletten Grundwehrdienst leisten und das macht ihn schon ziemlich fertig, weil das damals im Gegensatz zu heute oder zuletzt, als ich war, eben nicht mehr neun Monate sind, sondern eben länger, keine Ahnung, ich weiß nicht, 24 Monate wären es gewesen. Ist schon ein krasses Ding, kann man sich echt mal geben, schönes Artwork und vor allem was für die Pazifisten da draußen. Und das sind wir ja hoffentlich alle. Finde ich, es klingt sehr, sehr spannend, also ich habe jetzt die Zeichnung noch nicht gesehen, aber deine Beschreibung hat auf jeden Fall Lust gemacht, da mal reinzuschauen und ich finde auch gerade das, was du auch beschrieben hast, dieses sehr persönliche Thema, also dass es nicht jemand macht eine Biografie über jemand anderes, sondern dass es aus der eigenen Familie kommt, dass da ein Mensch, der, ja, aus der nachfolgenden Generation über die eigene Familie was erfahren will und das dann auch öffentlich macht, für eine Leserschaft, finde ich, macht das Buch extrem spannend. Ja, ich habe ja natürlich auch eine TV-Vergangenheit. Wenn ich das Cover sehe von dem Band, exakt mit dieser Frisur bin ich übrigens zur Musterung gegangen. Der Mittel war stark in mir und ich hatte halt einen Mittelscheitel, der, keine Ahnung, 30, 40 Zentimeter lang war. Und da haben mich natürlich auch alle angeguckt, was ich eigentlich überhaupt da will. Ja, was wollte ich da? Ich hatte die Hoffnung, dass ich ausgemustert werde. Da ich da wahrscheinlich auf meinem sportlichen Peak war, ist es natürlich nicht passiert und ich musste dann immer noch was schreiben. Aber es stimmt schon, zu der Zeit war das nicht mehr so, dass du Anhörungen hattest. Also ich habe insgesamt drei Verweigerungen geschrieben, also für mich und zwei Freunde, die, sage ich mal, nicht so schreibtechnisch begabt waren und die sind alle durchgekommen, ohne dass da einer zur Anhörung musste. Aber tatsächlich gab es wohl in den 80ern und natürlich in den 70ern auch so Termine, wo du hingegangen bist und die fragen dich dann, ja, sie wollen verweigern. Was ist denn? Da kommen Männer, die wollen ihre Freundin vergewaltigen. Was machen sie? So, dann sagst du, ja, da kann ich leider nichts machen. Also ich kann mich ja nicht wehren und soll ich die erschießen? Also das könnte ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren und so weiter und so fort. Ja, und dann kommen die noch und wollen ihre Mutter vergewaltigen. Ja, das tut mir leid, weil ich kann mit keiner umgehen. Also du wirst dann wirklich genötigt in Situationen, wo, also die, also für mich mit einer Verweigerung auch nichts zu tun haben, weil also es ist eine Sache, sich zu wehren, wenn das eigene Leben angegriffen wird. Es ist eine andere Sache, wenn das Land dir sagt, geh bitte in ein anderes Land und bring Leute um. Ja, also das ist für mich eine unterschiedliche Dimension und trotzdem wurden die Leute halt diesen Druck ausgesetzt. Und ja, wir können halt froh sein, dass wir relativ, also in dem Zusammenhang zumindest noch jung waren und, ja, da eine andere Wahl hatten, ja. Das war eigentlich auch ganz spannend zu beobachten. Also, Breedstorm und ich sind ein Alter. Ich habe einen Bruder, der ist nochmal vier Jahre älter. Das heißt, hat uns ja auch alle beschäftigt in den, in den 90er Jahren dann mehr und, ja, du kanntest aber dann natürlich auch so Vätergeneration etc., die, die wir jetzt gemacht haben. Also, ich, ich wurde ausgemustert dann. Ich hatte auch eine Verweigerung geschrieben und auch abgeschickt. Das ist ganz lustig, wenn man eine Verweigerung abgeschickt hat, also eingereicht hat und dann ausgemustert wurde wie ich, dann kriegst du irgendwann einen Schrieb, wo sie dir sagen, ja, wir können ihre, ähm, ihre Verweigerung leider nicht bearbeiten. So, also, ja, müsste er jetzt ja auch nicht mehr, ist mir ja egal. Ähm, war jedenfalls über die Jahre immer spannend mit zu beobachten, wie sich das ganze Thema auch verändert hat. Also, wie die, wie die, wie die Dienstzeit immer kürzer geworden ist. Also, auch so innerhalb meiner Wahrnehmung dessen, wann es mich betroffen hätte und, und was nach mir gekommen ist, wie es immer kürzer geworden ist, bis es dann tatsächlich jetzt auch irgendwann ausgesetzt wurde. Und natürlich auch tatsächlich die Art und Weise, wie, ähm, wie mit Verweigerung auch umgegangen wurde. Und auch das finde ich auch, auch, weil wir vorhin auch schon bei Sprache waren, ist ja auch sprachlich super interessant. Also, das Wort Verweigerung ja allein schon heißt ja nicht, du wirst ja nicht vor eine Wahl gestellt, sondern du wirst für einen Dienst verpflichtet. Und wenn du den nicht machen willst, dann musst du argumentieren, warum du den nicht machen willst. Äh, genauso wie ja auch irgendwann der Kriegsminister zum Verteidigungsminister wurde und der Kriegsdienst zum Wehrdienst wurde und so. Also, wie so der, 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 der Blick, äh, auf, auf, auf das Objekt auch durch Sprache natürlich auch verändert wird. Also, die Funktion ist, ist nicht wahnsinnig anders. Es heißt nur anders und damit klingt's milder. Und, ähm, ja, also ich finde es ganz okay, äh, dass es momentan keinen, keinen Wehrdienst gibt und wir zum Glück auch keinen, keinen brauchen. Ähm, umso interessanter ist es, glaube ich, auch, auch tatsächlich für eine, ähm, für eine jetzige Generation von, von jungen Menschen, auch die in dem Alter sind und aber nicht vor der Frage stehen, gehe ich zum Bund oder gehe ich nicht zum Bund, dass die die Möglichkeit haben, so eine persönliche Geschichte aus den 70er Jahren, ähm, ähm, jetzt eben auch zu lesen und zu sehen, äh, wie war das in meiner, ja, weiß nicht, ist das dann vielleicht schon Großelterngeneration oder noch Elterngeneration für, für, für diejenigen dann, ähm, aber halt so ein paar Generationen vor mir, ähm, ist ja auch Zeit, Zeitgeschichte, die, ja, so auch irgendwie mehr oder minder vergessen wird. Und, also, ich glaube, weiß nicht, ist das Thema Wehrdienst noch groß im Gespräch irgendwie, reden da Leute noch drüber? Na, je nachdem, welche Partei gerade irgendwie Propaganda machen muss, ist eine Wiedereinsetzung natürlich schon mal Thema, ne? Aber ansonsten, ach, ich glaube, das ist auch ein Thema, das wir natürlich jetzt hier an der Stelle als Comic-Podcast natürlich auch nicht vollumfänglich abschließen und besprechen können. Äh, ich persönlich fand mein Zivildienst war eine sehr interessante Zeit, auch wenn sie in mehreren Etappen stattfinden, das muss ich an anderer Stelle mal erzählen, aber da werden wir wahrscheinlich jetzt hier keine finale, ja, Antwort einfach auch finden können auf die ganze Frage. Die ist tatsächlich einfach ein sehr interessantes Thema und es stimmt schon, eine Generation, die vielleicht da nicht so die Berührungspunkte hatte und auch die Hanna, die ist Jahrgang 90, die dürfte davon nicht mehr tangiert worden sein. Das ist für diese Generation einfach auch nochmal wirklich sicherlich eine ganz, ja, einfach interessante Geschichte. Jo, gerade wirklich so diese Darstellung, wie der vor diesem Ausschuss sitzt und die, 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 die Worte im Mund umdrehen und gerade die von dir genannten Beispiele mit der Vergewaltigung der eigenen Freundin durch Dritte ist auch genau da so genannt, als wahrscheinlich so das Standardbeispiel, das die fragen. Und, äh, das ist schon sehr unangenehm, wenn die ihm einfach quasi sehr Gewissen absprechen, ja. Er ist in der Beweispflicht, ein Gewissen zu haben und dann überhaupt auch noch diese Frage, also generell, wie die ihm die, ihm auch von, also er darf nur mit Ja und Nein antworten, beide Antworten wären falsch, so in der Richtung, weißt du, das ist einfach alles irgendwie, das ist schon krass unangenehm, du kannst da nur verlieren und da sitzen Leute vor dir, ja, das kann man sich echt mal geben, das ist sehr interessant, ich bin froh, nicht in so einer Situation gewesen zu sein. Das war keiner von uns. Also auch ich kann mich dran erinnern, ich wurde ausgemustert, ich hatte wie Breedstorm eine unangenehme Untersuchung und ich kann mich dran erinnern, dass im Wartesaal eine Bildzeitung lag mit einem dummen Artikel, also Titelseite, dieses Eichhörnchen bekommt auf Kosten des Staates eine Analmassage. Was? Es war so bescheuert, es war eines der wenigen Male, dass ich die Bildzeitung in der Hand hatte, aber der Artikel war so bescheuert, dass ich mich daran eben noch erinnern kann. Den würde ich jetzt gerne lesen. Sollte das ein Episodentitel werden, weiß ich nicht, was das auslöst. Aber ich muss sagen, bei dir lag wenigstens die Bildzeitung, bei mir lag, ich weiß noch wie heute das Deutsche Waffenmagazin im Warteraum. Und ich so, nee, welche Klischees werden hier noch erfüllt? Weißt du, natürlich, ich hatte auch alle Klischees, ich hatte die Haare offen, natürlich, und hatte natürlich das Metallica Master of Puppets T-Shirts an, was sich natürlich auch ganz klar auf Tote im Krieg bezieht. Solche Details weiß ich von meiner Musterung nicht mehr. Was ich aber noch weiß, ist, dass ich danach in den Comicladen gefahren bin und mir Hellblazer Dangerous Habits das Paperback gekauft habe. Quasi um mich zu belohnen, dass ich durch die Musterung durch bin. Ja, aber ich finde es auch wirklich schön, dass die Autoren da wirklich sich da nicht austobt, aber da wirklich schon was sehr Persönliches schreibt, dass sie betroffen hat, ihre Familie, die liegt da quasi vor einem größeren Publikum, einen Seelenstriptease hin, und dass sie da dann noch die Eier hat, das so durchzuziehen und zu veröffentlichen, Hut ab. Ja, ist natürlich einfach auch wirklich eine Maske, die sie fallen lässt, und dafür auch vielen Dank, liebe Hannah. Jo, jetzt überlege ich gerade, eigentlich sind wir doch jetzt wieder beim Patrick, ne? Jo, mein zweiter Band ist Märchen aus dem Ärmeland, auch aus dem Insektenhaus Verlag von Markin Wacker und Jaroslav Gach geschrieben. Und da geht es um drei Geschichten aus dem Ärmeland. Das war so ein kleines historisches Gebiet in Nordpolen. Das gab es von 1243 bis 1772. Das war so ein kleiner Kirchenstaat. Und vor der Unterwerfung durch die Deutschen gab es dann so ein paar Geschichten aus diesem Ärmeland, die halb verloren gegangen sind. Und dieser Band erzählt drei dieser Geschichten. Also die Geschichte, als ein Bauer einen Schwan heiratete. Dann ist es von einem König und einem Jungen, der mit einem silbernen Löffel geboren wurde. Und wie die Insel Laelka auf dem Langsisee entstand, und es sind alles so Storys, da geht es am Anfang darum, Typ will eine Frau heiraten. Aber irgendwie kommen dann so Hindernisse dazwischen. Der Schwiegervater und der sagt, ja, du kannst sie heiraten, aber vorher musst du noch das Monster erschlagen oder sonst wie. Und dadurch entspinnen sich dann Legenden. Also der Schwan ist zum Beispiel eine Frau mit einem Federkleid, das sie abstreift und dann in Menschengestalt rumläuft. Und man sieht hier viele Monster gestalten. Und trotzdem schaffen die Kerle es irgendwie gewaltfrei und mit List dem Ganzen zu entkommen oder die Situation zu meistern und dann ihre Frau zu heiraten. In der letzten Story erborscht er sogar so drei Relikte, so eine Löwenkralle, die ihm für einen Moment die Kraft gibt oder so eine Feder, die ihn dann fliegen lässt und so. Also wer sich für Legenden interessiert, hat hier das Gefühl, dass er zwar leicht vertraut, aber dann doch leicht unbekannte Storys zu lesen kriegt. Und es ist auch mit wenig Text. Also man kann das auch mit kleinen Kindern lesen oder vorlesen. Nur in der letzten Story ist halt so ein kleiner Ausflug in die Hölle, wodurch es vielleicht für die ganz Kleinen ein bisschen zu gruselig werden könnte. Aber sonst ist es relativ kindgerecht gemacht. Aber mit einem Preis von 16,80 ist es eben nicht für alle Kinder, sondern für die, die ein bisschen mehr Taschengeld kriegen. Also da ist für mich so der Kritikpunkt. Wenn du es für Kinder zugänglich machen willst, dann gib denen auch so einen Paperback für 7, 8 Euro. Dann kann man 64 Seiten im Hardcover. Und wenn das ist irgendwie gefühlt von vier, fünf Geschichten erzählt, wo ich mich echt frage, drei. Auf 64 Seiten, da kommt doch irgendwas zu kurz, oder? Die sind recht kurz geraten, aber ja, so circa 20 Seiten pro Story. Ich glaube, das kann man schon machen. Ich glaube, ich bin da ja auch nicht tief genug im Verlagswesen drin und auch nicht Betriebswissenschaftler genug. Aber ich habe mal Menschen darüber reden, hören, wenn es um die Kalkulation gerade von Comics geht, die auch nicht in wahnsinnig großer Auflage erscheinen, dass es da häufig sinnvoller ist, die im Hardcover rauszubringen. Weil man weiß von vornherein, man kann nur eine gewisse Auflage verkaufen. Man kalkuliert mit einer Auflage, die man auch tatsächlich wegbekommt. Und dass es dann kalkulatorisch sich mehr rechnet, das im Hardcover zu machen, weil entsprechend die Marge dann einfach besser ist, als es im Softcover zu machen. Ich glaube, dass das gerade eben bei so kleinen Verlagen wie jetzt dem Insektenhaus Verlag ein großer Faktor ist und dass da wahrscheinlich auch gar nicht so sehr die Kinder mit angesprochen werden sollen. Also ich glaube, dass das ein Verlag ist, der weiß genau, ja, ich habe so eine gewisse Gruppe von Fans, gerade wenn der Mensch da eben auch aus diesem Musikkontext kommt und da vielleicht eine gewisse Anhängerschaft hat. Und wie ihr vorhin auch beschrieben habt, das Verlagsprogramm generell eher so ein bisschen in die Gothic-Düster-Märchen-Ecke geht. Und ja, dass es dann einfach rechnerisch eher klar ist, meine Leserschaft ist über 20. Den kann ich auch ein Hardcover verkaufen zu einem Hardcover-Preis. Und dann wird es aber auch erst wirklich wirtschaftlich sinnvoll, anstatt das Ganze im Softcover zu machen, wo es sich dann eben nicht wirklich refinanziert. Ja, aber hier steht auf dem Klappentext dann wirklich, Märchen aus dem Ärmland ist ein liebevolles Buch zum Selberlesen, Vorlesen, Mitlesen und Weitererzählen. Kaum zu glauben, wie Schwiegermitte, Ameisenschuhe, zwölfköpfige Drachentaubeneier, Midsommernächte, Räuberbriefe und Teufelshaare auf 64 Seiten passen. Dann merkst du schon, dass sie da ein bisschen auf die ganze Familie schielen. In dem Moment dann. Ja. Das ist ja dann auch nochmal ein Punkt. Also wenn nicht alle Eltern sind ja zwingend Comic-affin. Und wenn es dann aber in einem wertigen Hardcover daherkommt, dann macht das natürlich auch schon mal für den literarischen Haushalt, der vielleicht nicht ganz so Comic-nah ist, aber der Literatur nahe ist und Märchen und sowas. Ja, kommt halt seriöser und wertiger rüber dann im Hardcover als eben so ein Karlsen-Band im Softcover. Ich fand es eben auch super lustig, dass man hier so eine kinderfreundliche Midsommernacht erlebt hat. Ja, Midsommar war zuletzt ein relativ schockierender Horrorfilm. Und das mal in einer kinderfreundlichen Version zu erleben. War aber eine lustige Abwechslung. Habe ich kürzlich erst wieder angeschaut. Großartig. Das sieht vom Cover her jetzt auch ein bisschen gruselig aus. Wie alt sollten die Kinder denn sein? Ja, und auch ein bisschen sexy, ne? Ja, ich würde mal auf so fünf, sechs tippen. Also schon ein bisschen Kinder, die sich nicht so leicht gruseln. Man kann ja gar nicht viel genug abhärten, ne? Ja. Finde ich immer sehr interessant, so die Vergleiche, wie unterschiedliche Länder damit umgehen. Gerade so mit der Vergleich USA und Deutschland und FSK und amerikanisches Rating-System. Und wenn ich meine amerikanischen Freunde immer sehe, die ihren Dreijährigen, Vierjährigen die komplette Nightmare on Elm Street-Reihe zeigen. Und bei uns waren die Filme alle verboten und nur geschnitten und so. Und dafür hatten wir in den 80er Jahren noch blanke Busen in der Deo-Werbung im Fernsehen. Und das hätte es in den USA niemals gegeben. Oder wie Jack Nicholson schon mal sagte im amerikanischen Film, du kannst eine weibliche Brust zwar abhacken, aber du kannst sie nicht küssen. Das ist ein interessantes Schlusswort. Danke. Mal gucken, was wir beim Schneiden noch für schöne Zitate für die Episodentitel, was wir dann noch finden. Ja, prima. Ich glaube, die haben jetzt erschöpft. Was ist deine Lieblingsgeschichte von den drei? Das war die mit der Midsommernacht tatsächlich, weil ich das in dem Kontext einfach lustig fand. Oder war es die letzte? Die mit der Midsommernacht und die letzte haben mir ganz interessant gefallen, auch wegen dem Höllenausflug und diesem Legendenkram. Also auch Leute, die sich mit Hellboy befasst haben und diese Verschwurbelten, äh, nicht Verschwurbelten, sondern leicht strange Legenden kennen, könnten da auch ihren Spaß haben. Ich sag nur Baba Yaga oder diese Hexe, die einen Teil ihrer Seele in einem Ei, in einem Huhn versteckt hat. Wer so was Konfuses mag, wird auch da seinen Spaß haben können. Yo, Breedstorm, wie sieht's aus? Du bist dran. In den letzten Episoden hatte ich ja immer mal was mit dem schönen Graphic-Novel-Aufkleber auf dem Cover vorgestellt und sehr oft von EH-Paar, weil ich festgestellt hab, dass vor einigen Jahren, die da mal so eine ganze Reihe hatten, wo das auch sehr gut ankam, allgemein, und da wollten sie, glaub ich, auch ein Stück vom Kuchen abhaben und haben einiges auch aus ganz unterschiedlichen Ländern, aus Neuseeland hatte ich ja letztes Mal vorgestellt und dabei Sachen, die du eigentlich eher beim Avant-Verlag oder bei Reprodukt vermuten würdest und das ist es auch diesmal, nämlich der Band Scheitern als Erfolg mit dem Untertitel Kung-Fu für Unternehmer von David Cantola und Juan Dias Faes. Und ja, es ist ein Band, der die Story vom Ende bis zum Anfang erzählt und das Ende und der eigentliche Anfang des Bandes ist damit, als der David Cantola, ein bekannter Unternehmer in Spanien, in seinem Leben nämlich komplett scheitert, weil seine Firma bankrott geht. Also er hat eine Firma gegründet, stellt sich dann im Laufe des Bandes heraus mit einer Internetfirma und zwar in dem Peak vom Internet-Boom, nämlich Anfang der 2000er. Also die Älteren werden sich erinnern, wir hatten mal eine Phase, wo das Internet noch nicht überall da war und als es dann richtig losging, haben sehr, sehr viele Firmen sich gegründet, haben aber auch ziemlich viele davon wieder schnell aufgegeben, als die Internetblase dann, vor allem der Nasdaq, gecrasht ist. Und dasselbe ist auch David Cantola passiert, dessen Firma, die er mit ein paar Freunden gegründet hat. Also es ist auch so ein bisschen Amazon-mäßig, auf Spanisch ist es im Prinzip gewesen, als die dann zugrunde gegangen ist. Und er geht dann von diesem Punkt in seinem Leben immer weiter zurück, wo die Firma kaputt geht. Und dann sind es mal ein paar Monate oder es ist ein Jahr und guckt sich das an, was damals passiert ist. Und jetzt könnte man sagen, das ist ja relativ dröge, so dieses Firmen-BWL-mäßige. Und das ist eigentlich aber genau nicht, weil er diesen ganzen Spirit, den diese Phase hatte, nämlich dieses Gründer-Ding, dass du einfach, wenn du eine Firma begründet hast und die Firma hat auf Dotcom geendet, dass du dann plötzlich über Nacht Millionär warst, weil alle deine Aktien gekauft haben. Und ja, diesen Spirit beschreibt er ganz gut, hat aber dann immer wieder Visionen mit, ja, von einem Lehrmeister, der ihm Kung-Fu-Brei bringt und der ist ein Panda. Also man sieht das auf dem Cover. Das Cover ist halt auch immer ein bisschen, ja, hätte mich, wenn ich es so gesehen hätte, erst mal nicht angezogen, da reitet er diesen Panda. Und er gibt ihm immer Tipps, wie man so als Unternehmer vorgeht. Und da hat er ab und zu Visionen mit diesem Panda. Man sieht aber auch, wie er das Ganze erlebt hat, wie er diesen Crash dann erlebt hat und letztendlich auch überwunden hat. Also er hat danach noch eine weitere Firma gegründet oder ein anderes Unternehmen gegründet, dem es dann natürlich besser ging. Und ja, er beschreibt auch den ganzen Wahnsinn, den diese Phase hatte, wo einfach alles, was mit Internet zu tun hatte, auf einmal sehr, sehr hoch bewertet wurde. Also das war ja, man konnte, selbst ich habe damals die eine oder andere Aktie gekauft und ich habe sie glücklicherweise nie lange behalten, sodass ich da auch gar keine Verluste rausgezogen habe. Aber da gab es ja Leute, die hatten die Vision, sie hören komplett aufzuarbeiten und machen nur noch das. Und die sind dann sehr, sehr schnell pleite gegangen in dieser Phase. Und das beschreibt er hier ganz gut. Zeichnerisch ist das Ganze sehr, sehr kartonig gehalten. Also es ist mir fast einen Tick zu viel, weil sich die Gesichter dann doch sehr immer ähneln. Ja, also gerade das Gesicht von ihm selber, also oder von dem Autor, von David Cantola, das der Herr Diaz Faiz gezeichnet hat, ist immer sehr ähnlich. Also er ist halt so ein Langhaariger mit dem Bart, der ja immer mal freudig guckt, mal ein bisschen traurig guckt oder überrascht guckt. Und das variiert sich halt durch den ganzen Band, der entweder schwarz-weiß oder grün koloriert worden ist. Aber, und das ist das Gute an dem Ding, es hat tatsächlich fast 300 Seiten, 276. Und Egmont E. Harper wollte das damals raushauen für 24,99. Mittlerweile ist auch dieses Ding für 4 Euro bei den gängigen Gebrauchtportalen zu bekommen. Und dafür kann man den ruhig mal mitnehmen, finde ich. Also es ist interessant geschrieben, gerade wenn man da so ein bisschen Fable hat für diese Phase oder irgendwie so ein bisschen Kenntnisse zu dem Thema, ist es, glaube ich, noch besser. Und ja, eine gewisse Lebensweisheit entspinnt sich auch aus dem Band. Also es ist nicht was für jeden, ganz klar. Aber wenn man mal sagt, man riskiert es mal, man interessiert sich so ein bisschen für die Thematik. Ich finde es ja ganz spannend, dass du gesagt hast, dich hätte das Cover erstmal nicht angesprochen. Mich nämlich schon. Was mich, du hattest heute schon mal ein Bild davon gepostet, und was mich da eher abgestreckt hat, war der Untertitel. Also dieses Kung-Fu für Unternehmer, das klingt wirklich so nach Selbsthilfebuch irgendwie so, was ich in der Wirtschaftsabteilung, in der Buchhandlung finde. Und so popkulturelle Verarbeitung von irgendwelchen wirtschaftlichen Zusammenhängen oder irgendwie sowas, das finde ich ein bisschen einen seltsam gewählten Titel für mein Empfinden. Aber der Stil, den ich vom Cover so gesehen habe, der fand ich persönlich sehr ansprechend. Und Pandas. Da werden jetzt einige World of Warcraft Zocker aufspringen. Ja, Kung-Fu-Panda. Das ist aber schon eine positive Botschaft letztlich. Ja. Versuchst du mal von vorne. Ja, also das ist auch nur ein deutscher Untertitel. Das Original hieß Exito para Perdedores, was zweifellos nicht Kung-Fu für Unternehmer heißt. Ich weiß nicht, was es heißt, aber Ausgang durch irgendwas. Und ja, also das ist eher lustig gemeint, dieses Kung-Fu für Unternehmer. Das ist ja so ein bisschen dieser Rückzugsort in seinem Kopf, wo er sich immer mit diesem Panda unterhält, der ihm Tipps gibt. Und ja, also es ist doch sehr versöhnlich am Ende dann geworden, dieser Band. Interessant. Und vor allem wieder was, was man scheinbar ja noch kriegt, gebraucht irgendwo, Antiquarisch ist ja auch nicht schlecht, wenn wir hier nicht nur die teuren Schinken schicken. Ja, es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich kaufe mir jetzt ein 30-Euro-Band, der gerade neu ist, oder ich hole mir, keine Ahnung, fünf, sechs für vier, fünf Euro oder so. Das ist natürlich, ja. Und ich denke, gerade wenn man so viel liest, wie wir es tun, kann man da auch mal deutlicher hingucken, ja. Da wäre es doch auch mal praktisch, wenn du auch dann als Link so ein paar der Portale einfügst, einfach auch für die anderen Leute, die das dann interessieren. Ja, wo beziehen die das denn? Bei drei, vier Euro ist dann die Hemmschwelle auch nicht so gering. Und man liest in Sachen rein, die man für 30 Euro vielleicht nicht gelesen hätte. Ja, ich denke, den meisten ist das bekannt. Hashtag nur Werbung. Aber man kann natürlich, also du kannst bei Booklooker zum Beispiel gucken, du kannst bei Medimops gucken, du kannst bei Rebuy gucken, bei den gängigen Portalen, wo du halt gebrauchte Sachen bekommst. Ebay ist natürlich auch immer eine Sache, weil diese Portale orientieren sich ja sehr oft an den Ebay-Preisen. Also wenn bei Ebay was hoch gehandelt wird, wirst du das auch bei diesen Portalen für einen ähnlichen Preis denn immer kriegen. Also die haben da irgendwelche Programme, die das quasi abspionieren und dann die Preise generieren. Die stellen ja auch alle bei Ebay und auch bei Amazon ein. Also auch bei Amazon, bei den Gebrauchtsachen, da kaufst du ja im Endeffekt auch dann bei Medimops oder bei Rebuy oder was weiß ich auch irgendwie ein. Ich habe mir neulich auch über Ebay den alten Flexmentalo geholt und der kam auch von Rebuy, glaube ich, dann eigentlich auch. Das ist jetzt alles kein Geheimnis. Da haben wir jetzt mal genannt, wir kriegen keine Werbung, äh Quatsch, keine Werbung, wir kriegen keine Einnahmen dafür und das ist vielleicht auch mal ein dezenter Hinweis, dass man uns unterstützen kann. Denn wenn wir was machen, dann, dass wir bei allen Comics, wo das geht, einen sogenannten Affiliate-Link setzen zu Amazon. So, jetzt ist mir schon klar, dass Amazon natürlich nicht unbedingt der beliebteste Marktplatz im Internet ist. Wenn ihr allerdings trotzdem da bekaufen wollt, was ihr gelegentlich mal tun könntet, vielleicht auch nicht, keine Ahnung, dann könntet ihr darüber nachdenken, ob ihr nicht unsere Affiliate-Links nutzen wollt. Ihr schaut also in den Shownotes eures Podcatchers, ob ihr einen Link findet. Den findet ihr zum Beispiel auch auf YouTube. Immer wenn wir über einen Comic sprechen, gibt es daneben einen Link, den kann man anklicken, dann auf Amazon und dort könnt ihr das Ding dann bestellen. Gebraucht, neu, keine Ahnung. Und das kostet dann genauso viel, wie es immer kostet, nur dass wir einen kleinen, aber feinen Prozentsatz dann von dem Geld abbekommen und damit hier die laufenden Kosten decken können. Und ich kann so viel schon mal sagen, bis jetzt haben wir nicht einen Cent dadurch eingenommen. Vielleicht ist das genau der Moment, wo ihr diese Chance nutzen wollt. Also an sich ist es uns natürlich immer lieb, wenn ihr beim Comic-Händler oder beim Verlag eures Vertrauens direkt kauft. Aber wenn ihr bei Amazon kauft, dann könnt ihr auch über so einen Link gehen. Ich habe das noch nie gemacht, er hat gesagt, glaube ich. Doch, stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Vor Jahren habe ich ab und zu mal so einen Link. Aktuell schreibt dann die Comic-Händler an, wenn euch das ein schlechtes Gewissen macht und sagt, ich hätte gern das und das. Man kriegt ja aktuell leider nur Comics to go. Also vorbestellen, vorbezahlen und dann beim Comic-Shop abholen. Das Stöbern entfällt halt leider, aber wir wollen ja trotzdem noch, dass nach der Pandemie noch unsere Comic-Shops offen haben. Also könnt ihr auch das machen. Den Bundesländern, den das erlaubt ist. Genau. Lieber Andi, dann ist der Moment gekommen, wo du uns dein Werk vorstellen kannst, wo ich so gar keine Ahnung habe, was uns da war. Ja, sehr gut. Das wäre auch eine meiner Fragen gewesen, ob ihr den Band kennt. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, jetzt kommen wir auch zu Monstern, Masken und Monster. Diesmal in dem Band weniger Masken, mehr Monster. Ich spreche über Bitter Root, und zwar Volume 1 Family Business, das erste amerikanische Paperback der fortlaufenden Reihe. Die ist bei Image Comics erschienen seit 2019. Die Credits des Bandes sind die drei Schöpfer. Die sind tatsächlich in dem Band auch nur als Creators. angegeben, David F. Walker, Chuck Brown und Sandford Green, wobei Sandford Green derjenige ist, der eben auch für die Zeichnungen verantwortlich ist. Aber das ist eine Entwicklung von diesen drei Herren und auch die Geschichte. Also der Zeichner ist hier jetzt kein ausführender Zeichner eines Skriptes von anderen Menschen, sondern ist da stark mit involviert und beteiligt. Die Farben sind von Rico Renzi und Sandford Green und das Lettering ist von Clayton Cowles. Ich bin aufmerksam geworden auf den Band, hauptsächlich dadurch, dass Sandford Green daran beteiligt ist. Das war für mich der erste Punkt, warum ich mich dafür interessiert habe. Sandford Green ist mir aufgefallen, beziehungsweise habe ich kennengelernt, dadurch, dass er und auch David F. Walker, der hier auch mit dran beteiligt ist, vor einigen Jahren für Marvel die Reihe Power Man und Iron Fist gemacht haben. Und ich habe Bilder davon gesehen. Ich habe die Reihe nicht gelesen, aber ich habe, als das angekündigt wurde, die ersten Bilder davon gesehen und ich mochte den Zeichenstil extrem gerne. Sandford Green ist für mich persönlich einer der tollsten Zeichner im amerikanischen Comic der letzten Jahre. Also ich mag seinen Stil extrem gerne. Der ist sehr Zeichentrick beeinflusst. Ich mag es ja gerne etwas cartooniger. So super realistische Comics sprechen mich meistens nicht so an. Ich mag es lieber ein bisschen abstrahierter. Und Sandford Green Stil ist da so dazwischen. Also wie gesagt, sehr animationsbeeinflusst. Ist jetzt nicht super abstrahiert, aber eben auch nicht hyperrealistisch. Die Geschichte von Bitterroot, also das ist dann eben hier große Creator-Owned-Sache von Brown, Walker und Green. Ist auch super erfolgreich. Gab auch relativ schnell nach der Veröffentlichung irgendwie einen Film-Deal. Haben da irgendwelche Filmrechte verkauft und so. Und mittlerweile ist ein zweiter Band raus. Ich bin mir nicht sicher, ob der zweite auch schon auf Deutsch erschienen ist. Der erste gibt es auch auf Deutsch bei Splitter. Beim zweiten, wie gesagt, weiß ich nicht 100 Prozent, auf der auf Deutsch schon erschienen ist. Aber auf Englisch gibt es auf jeden Fall schon den zweiten Band. Den habe ich aber noch nicht gelesen. Ich kenne bisher nur den ersten Band. Geschichte ist die, spielt in Amerika in den 20er Jahren, zur Zeit der, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Das ist immer das, wenn man sich nicht so die wichtigen Sachen irgendwie noch aufschreibt, die man irgendwie erwähnen will, weil man sie sowieso im Kopf hat. Aber wenn man dann drüber spricht, hat man sie nicht mehr im Kopf. Harlem Renaissance war, glaube ich, der Begriff, genau. Also 20er Jahre, starke schwarze Kultur in den USA, natürlich in den entsprechenden Orten, wo es möglich ist. Wer die Watchmen-TV-Serie sich angeschaut hat, dem ist Tulsa 21 ein Begriff, das große Massaker, das in Tulsa, Oklahoma, 1921 stattgefunden hat, wo ein ganzer Stadtteil mehr oder minder ausradiert wurde, der ein sehr erfolgreicher, wirtschaftlich erfolgreicher und auch kulturell lebendiger, schwarzer Stadtteil war, was den weißen Nachbarn in Anführungsstrichen ein Dorn im Auge war und dass dieses Viertel ja platt gemacht wurde und dort die komplette Kultur quasi auch ausradiert wurde. Und dieses Tulsa 21 kommt auch vor in Bitterroot. Also es geht um die Familie Sangheri, wieder mal ein Name, den ich nicht aussprechen kann, eine schwarze Familie von, ich sag's mal, vereinfacht Monsterjägern. Grundkonzept ist dieses, es gibt so einen gewissen, ja, ich nenne es mal Fluch, es ist jetzt nicht wirklich als Fluch beschrieben, aber es gibt so diese Tatsache, dass Menschen, die besonders viel Hass in sich tragen, sich in eine gewisse Art von Monstern verwandeln. Es geht natürlich um Rassismus jetzt speziell in diesem Band. Also rassistische Menschen verwandeln sich in Monster und diese Sangheri-Familie bekämpft diese Monster. Zum einen sehr handfest, zum anderen auch durch Magie, und das ist die sogenannte Root-Magic, die dort mit angewandt wird, um diese Monster auch wieder zu entmonsterfizieren. Also die Menschen, die das tun, werden dann auch Purifier genannt in dem Band. Wir lernen, dass diese Familie auch schon eine Vorgeschichte hat, also dass verschiedene Familienmitglieder auch schon bei diesen Kämpfen gestorben sind und dass dieses, ja, die jetzt noch vorne übrig sind von dieser Familie, immer noch diesen Kampf kämpfen. Es gibt auch noch Familienmitglieder, die woanders sind. Also wir treffen dann später noch einen Mitglied der Familie, der in den Südstaaten gerade unterwegs ist und da treffen wir dann auch tatsächlich auf den, auf den Ku Klux Klan, der natürlich dann von solchen Monstern besetzt ist. Das ist ein sehr actionreicher Comic und eben auch ganz viel durchsetzt, wie gesagt, mit dieser schwarzen Kultur. Was ich sehr spannend fand gerade an dem Band, jetzt nicht jeder von uns ist so tief drin in dem Thema, dass uns alle Begriffe und Zusammenhänge wie Harlem Renaissance und Tulsa 21 entsprechend, was noch einfach so mit erwähnt wird, ohne große Erklärung. Also nicht jeder kennt sich da vollkommen aus, ich ja auch nicht. Was ich sehr spannend finde ist an diesem Projekt, erscheint ja natürlich in den USA erstmal als Einzelhefte und in jedem Einzelheft ist hinten auch immer noch so Bonusmaterial drin und zwar Artikel von schwarzen Akademikern und Akademikerinnen, wo es genau um solche Themen geht wie Root Magic und Harlem Renaissance und sowas. Und all diese Artikel sind in dem Sammelband auch mit abgedruckt. Also ich fand es wahnsinnig interessant. Nachdem ich die Comic gelesen habe, dann auch hinten diese Artikel dazu zu lesen, die den ganzen historischen Hintergrund noch ein bisschen weiter mit beleuchten. Also neben die ganzen Skizzen und Variantcovern, die auch so mit drin sind, was ja so klassisches Bonusmaterial ist, sind eben auch noch so diese, ja, sind jetzt nicht super akademische Artikel, aber es sind Artikel von Akademikern geschrieben, die eben noch mehr Hintergrund zu dem historischen Hintergrund dieser palpigen Geschichte geben. Das ist etwas, was ich sowieso gerne mag. Hier steht zum ersten Mal eigentlich so das palpige Abenteuer im Vordergrund und das Sozialkritische wird halt mit erzählt. Also das ist kein Comic, der plump nur die Message ganz vorne hinstellt, sondern es ist schon auch ein Unterhaltungscomic. Für mich hätte dieser erste Band sogar noch etwas ruhigere Momente noch mit haben können. Ich habe ihn jetzt zweimal gelesen und habe beim zweiten Mal Lesen auch den gleichen Eindruck gehabt wie beim ersten. Also ich mag den sehr gerne, aber er ist dann schon wieder so actionlastig. Also es sind fünf Hefte, die hier gesammelt sind in diesem Paperback. Er ist so actionlastig, dass es mir an manchen Stellen sogar ein bisschen zu viel beziehungsweise zu schnell ist, wo ich mir zwischendrin auch gerne mal eine erzählerische Pause gewünscht hätte, ruhigere Momente, prischt dieser erste Band schon sehr schnell voran. Also da bin ich auch sehr gespannt, wie das im nächsten Band weitergehen wird. Es gibt dann auch mal so einen Twist am Ende dieses ersten Bandes, so einen Cliffhanger, der natürlich dann auch Lust macht auf mehr. Die Farben, da bin ich auch sehr gespannt, wie das in den nächsten Bänden ist. Jetzt habe ich ja gesagt, Farben sind von Rico Renzi und Sanford Green. Ich weiß, dass die Person, die die Farben macht, gewechselt hat im nächsten Band, dass jemand anders, eine Dame, ich weiß den Namen leider nicht mehr, die die Farben im zweiten Band übernimmt. Da bin ich gespannt, ob es da einen erkennbaren Unterschied geben wird. Also ich finde es teilweise ein bisschen matschig, die Farbtöne, ja manchmal sehr bräunlich und auch über die Seite ein bisschen einheitlich, da würde ich mir manchmal gerne ein bisschen mehr Kontrast wünschen, aber an sich, das sind also so Kleinigkeiten, die ich dem ein bisschen ankreiden würde für meinen persönlichen Geschmack. Insgesamt finde ich das einen tollen Band, wie gesagt, allein schon wegen Sanford Greens Zeichnungen, die schaue ich mir immer wieder gerne an, finde ich das eine lohnenswerte Sache und auch von der Palp-Abenteuer-Monster-Geschichte gepaart mit noch einem gewissen historischen Hintergrund und historischer Information, die hinten in den Artikel mitgeliefert wird, finde ich das einen sehr lohnenswerten Band. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass diese Artikel auch in der deutschen Ausgabe drin sind, das weiß ich aber nicht, da habe ich nicht reingeguckt, ich kenne jetzt nur die amerikanische Ausgabe. Wenn es bei Splitter erschienen ist, die sind nicht knausrig mit dem Bonus-Material, ja, ich gehe fast davon aus. Ja, also wie gesagt, ich würde es auch annehmen und es ist ja auch wirklich mal ein extrem lohnenswertes Bonus-Material, es ist eben, also wie gesagt, Konzeptzeichnung und sowas ist auch alles drin, aber gerade und gerade auch auf den deutschen, für einen deutschen Leser, der noch weniger in diesem amerikanischen Thema wahrscheinlich drin ist, so der, der, der Durchschnittsleser, gerade für den sind diese Artikel sicherlich nochmal hilfreich und informativ zu der, zu der Geschichte. Andi hatte jetzt schon gesagt, er war mit dem Thema bisher, also mit dem Comic bisher nicht vertraut. Patrick, hast du den schon mal gesehen, den Namen schon mal gehört? Weder noch, ich habe nebenbei jetzt trotzdem auch schon mal reingeschaut. Also schon allein das Cover sieht ja fast schon aus wie eine Blaxploitation-Version der BRPD, also der Behörde, für die Hellboy arbeitet. Ja. Hat mich direkt angefixt. lustigerweise war ich durch die Watchmen-Serie aber sehr wohl mit dem Massaker um Tysa vertraut, deswegen gerade die Mischung macht mich dann doch neugierig. Habe jetzt dazu aber die Frage, wie sehr hilft es den Leuten, wenn sie sich vorab mit dem Tysa-Massaker befassen? Nicht wirklich. Also Tysa-21 ist kein großer Aspekt, also es gibt zwei Figuren, die nicht zu dieser Familie gehören, es sind nochmal zwei andere Figuren in der Geschichte, ein Mann und eine Frau, die sich während Tysa-21 kennengelernt haben, die auch ein bisschen beschreiben, was da so die Situation war, ohne jetzt die komplette Geschichte von Tysa-21 zu erzählen. Also der Comic ist dann eben keine Geschichtslektion. Also man muss nicht wissen, was Tysa-21 ist, man versteht auch ungefähr, was ist die Situation, in der diese beiden sich kennengelernt haben und es ist kein Haupt Handlungsteil innerhalb des Comics. Es ist also kein Geschichtsunterricht, sondern tatsächlich mehr Monster, Blaxploitation und Fun. Genau. Ja, genau. Das steht auf jeden Fall im Vordergrund. Also es ist das ist auch ich mag das immer nicht so gerne. Also wenn wirklich so die die Message und die Geschichtsstunde so im Vordergrund steht und die Unterhaltung in Anführungsstrichen nur so Beiwerk ist, dass es dann so ja, okay, ich verstehe, was ihr wollt, aber es spricht mich nicht so richtig an. Ich mag den umgekehrten Weg lieber. Ich mag es, wenn mir eine gute Abenteuergeschichte erzählt wird, die auch noch eingeflochten dann halt andere Themen so als Beiwerk mit erzählt. Das trifft mich eher als andersrum. Breedstorm, hast du von dem Comic schon mal was gehört? Nee, tatsächlich nicht. Also ich empfehle es. Ich weiß, ihr seid ja auch dem Splitter Verlag alle nahestehend von daher. Ja, ich habe auch ein Faible für Monster und ich kann es verstehen. Wenn du wirklich die Geschichte eingehämmert kriegst, hast du dann noch keinen Bock zu recherchieren. Was hat es denn damit auf sich? Aber wenn du es auf eine angenehme Art präsentiert bekommst, recherchierst du dann im Nachhinein vielleicht eher? Ja, genau. Und wie gesagt, dieser Comic liefert eben sogar, also ich kann jetzt, das ist jetzt schon einige, ich habe den Comic jetzt zwar gestern noch mal gelesen, aber ich habe es gestern nicht noch mal die ganzen Artikel gelesen. Das ist also jetzt schon ein paar Wochen bis Monate her, dass ich die Artikel gelesen habe. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, was die einzelnen Artikel jeweils so verhandeln. Aber gerade so dieses Root Magic Thema und so, das ja auch in dem Comic vorkommt und nicht erklärt wird. Und das braucht es ja auch nicht. Also es kommt Magie vor, man muss jetzt nicht genauer wissen, wo die herkommt und wie sie funktioniert. Aber in diesen Artikeln eben im hinteren Teil des Comics kann man darüber auf jeden Fall auch noch mehr erfahren. Also man, man kriegt so, dass die, die weitere Lektüre, auf die man Lust bekommt, kriegt man zumindest zum Teil sogar noch mitgeliefert mit dem Band. Man muss nicht mal selber recherchieren. Ist ja auch eine relativ aktuelle Serie, die läuft ja noch beziehungsweise lief. Wir haben wohl insgesamt zehn Ausgaben gehabt, dann gab es eine längere Pause und dann ging plötzlich mit Ausgangs mit Ausgabe 11 irgendwie weiter. Also es ging irgendwie bis September 20, da war Ausgabe 10 dann vorbei. Quasi der zweite Sammelband ist damit vollständig. Hat übrigens auch dieser zweite Sammelband einen Eisen Award bekommen, sehe ich hier gerade. Und also die elfte Ausgabe kam dann mit, ja keine Ahnung, einem halben Jahr später nochmal deutlichem Verzug und ist irgendwie auch ein bisschen in der Zukunft angesetzt. Irgendwas nennt sich dann Bitterroot Legacy und ist irgendwas mit also irgendwie Zukunftsteampunk hast du nicht gesehen. Ja, so ein bisschen Steampunky-Elemente hattest eben tatsächlich auch. Also es spielt in den 20er Jahren, aber so die Apparaturen und Waffen, die diese Familie benutzen, sind also nicht 20er Jahre gerecht. Also dieser Einfluss ist da schon mit da. Und wie gesagt, das ist halt so ein Creator-Owned-Projekt, Projekt, Entschuldigung, das ist auch sehr aufwendig. Sanford Green, die Zeichnungen sind jetzt auch nicht so schnell dahin gehuscht. Solche Projekte kommen auch nicht zwingend durchgehend in einem monatlichen Rhythmus raus. Die haben halt fünf Hefte gemacht und ich glaube auch dann gab es schon die erste Pause, bis dann eben die nächsten fünf Hefte kamen und dann jetzt wahrscheinlich wieder der aktuelle Zyklus dann eben gerade läuft. Aber auch das kennt man ja auch von anderen Projekten, also auch Sin City früher oder auch ich glaube auch Hellboy oder so, dass eben so quasi als Miniserie was erzählt wird und dann gibt es ein bisschen Pause, bis das Team dann auch wieder genug Material erarbeitet hat, vor allem gezeichnet hat, weil es eben doch länger dauert, bis dann wieder der nächste Schwung an Heften dann rauskommt, die dann wieder als Sammelband erscheinen. Also Chu hat ja, Chu hat nicht so lange Pausen gemacht, aber Chu war ja auch so angelegt zum Beispiel, als ich über Chu gelesen habe, dass immer ein Monat Pause war. Sie haben immer so eine Serie von fünf oder sechs Heften rausgebracht, die kamen dann als Sammelband raus, in dem Monat war dann auch Pause und dann kamen wieder die nächsten, ich weiß nicht mehr genau, fünf oder sechs Hefte pro Sammelband sind es immer. Also das ist halt auch so der Unterschied, gerade bei den großen Verlagen, die halt wirklich jeden Monat rauskommen, aber dann hast du halt alle paar Monate halt auch wie einen Gastzeichner, weil eben der Hauptzeichner nicht jeden Monat ein ganzes Heft zeichnen kann und das ist halt bei diesen Projekten nicht der Fall, das ist halt immer Sanford Green, das ist immer das gleiche Team, aber dafür gibt es eben auch Pausen dazwischen. Dafür sind die Pausen wahrscheinlich nicht so lang wie die beim letzten Saga Band. Na gut, die haben ja eine bewusste undefinierte Pause eingelegt. Ja, ja. Tja, es klingt tatsächlich sehr interessant, ich habe mir jetzt hier ein bisschen was vom Artwork angeschaut und das Einzige, was wirklich sicherlich heraussticht, ist die Kolo und also negativ heraussticht. Das sieht irgendwie alles ja so Kontrastarm hast du es genannt, das ist eigentlich ein richtig guter Begriff. Ja, ne, gibt es wohl auch mindestens, also die zweite Sammelbände beziehungsweise der zweite kommt auch eben bei Splitter auch wieder schön dicke Seitenzahl, also es ist schon was, was man sich glaube ich mal anschauen kann, wenn man da Bock drauf hat, aber die Kolo könnte auch abschrecken. Ja, also ich finde es jetzt nicht furchtbar, aber wie gesagt, also ein bisschen matschig zwischendurch, also ich finde die und also gerade die die Tuschzeichnung oder Sandford Green ist ein hervorragender Tuscher und ich finde das geht teilweise ein bisschen verloren in der Matschigkeit der Farbe, da ja könnte mehr Kontrast nicht schaden. Aber es sieht jetzt nicht abstoßend aus, also das, so würde ich es jetzt nicht beschreiben, also es ist jetzt nichts, wo ich aufklappe und sage, ich werfe es weg, sondern es ist nur beim Lesen habe ich mir eben manchmal etwas mehr Kontrast gewünscht. Aber wie gesagt, im zweiten Band andere Koloristin, ich weiß nicht, ob sich das irgendwie auswirkt, was ich auch noch ganz spannend fand, ich habe neulich noch ein Interview, ein Podcast irgendwie mit Sandford Green auch angehört, wo das eben erzählt, das im zweiten Arc dann eine andere Koloristin mit am Werk ist und sie sich auch für den zweiten Arc Shelley Bond als Editor geholt haben. Shelley Bond, so eine der legendären amerikanischen Editorinnen, die nach Karen Berger so die große Frau bei DC Vertigo auch war in den letzten Jahren für IDW zum Beispiel das Black Crown Sublabel gemacht hat, die Ehefrau von Philip Bond, einem meiner Lieblingszeichner auch und weil sie eben auch gesagt haben bei Bitterroot, sie möchten sich gerne noch ein paar mehr Frauen ins Team holen, haben sie sich unter anderem Shelley Bond als Editor und dann noch diese Dame, deren Name ich gerade nicht weiß, als Koloristin mit an Bord geholt. Super, vielen Dank. Der letzte Comic der heutigen Besprechung widmet sich den Visions und an der Stelle nochmal, ich habe es im Eingangsmonolog schon gesagt, vielen lieben Dank an den Patrick, der mir den ersten Band dieser Reihe von Panini nämlich zu Weihnachten geschenkt hat. Dankeschön. Gerne. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, weil der schon länger bei mir auf der Liste stand, als der damals rauskam, das wird so auch schon ein bisschen her gewesen sein, ich weiß nicht, 16 oder sowas. Warte mal, da haben wir hier doch, ich habe das Ding noch in der Hand, was steht denn da für ein Datum drauf? Da hat das Ding riesen Wellen geschlagen, das Original, also 16 kam es in den Staaten, es wird dann 17 bei uns in Deutschland erschienen sein und ja, das wurde hier und da überall total gut besprochen und seitdem wollte ich ihn unbedingt lesen, denn ich hatte gehört, dass Vision, die Figur, die wir zum Beispiel eben auch aus den Avengers-Filmen kennen und die jetzt ganz aktuell mit WandaVision auch wieder eine Serie gekriegt hat, eine MCU-Serie, die wir auf Disney Plus schauen können, da ist übrigens auch eine ganz gute Vorbereitung vielleicht sogar für diese Serie, werden wir noch sehen. Da hatte ich gehört, ja okay, cool, der hat jetzt eine Familie, also irgendwie Frau, er und auch zwei Kids und es geht so ein bisschen darum, dass er das Menschsein für sich entdeckt oder versucht diesen, ja die menschlichen Aspekte des Familienlebens irgendwie kennen zu lernen, auszuleben und so und das sei total gut und man müsste sich das unbedingt angucken, was Tom King hier geschrieben hat, Tom King kennt man, der ist ja unter anderem sehr erfolgreicher Batman-Autor in den letzten Jahren gewesen, hat viele tolle Sachen für DC gemacht, auch Sachen, die vielleicht nicht nur geil waren und ja, aber auf jeden Fall tolle Dinge dabei, Artwork stammt von Gabriel Hernandez-Walter und den ersten Band habe ich von Patrick auf Deutsch bekommen und nachdem ich den durchgelesen hatte und total gut fand, habe ich dann irgendwann überlegt, ach stimmt, du hast ja noch diesen Marvel Unlimited Account, für den du 70 Dollar im Jahr zahlst, ohne jemals irgendwas damit zu machen, das ist übrigens eine ganz coole Geschichte, kriegt man auch mit einer, ich weiß nicht, ob ich das mit Paypal zahle oder mit einer Kreditkarte, auf jeden Fall ist es nicht unmöglich da ohne, also man kommt da ohne Umwege auch als Deutscher ran, da kannst du quasi alle englischsprachigen Marvel Comics digital lesen, die ein halbes Jahr und älter sind. für 70 Dollar im Jahr, das finde ich echt günstig und ist eine super Option, um richtig viel nachzuholen, es gibt auch hier komplett Star Wars drin, also nicht nur die Marvel-Superhelden, sondern auch die ganzen Legends-Geschichten von Star Wars, ist auf jeden Fall echt mal einen Blick wert, außer dass die Software sau langsam ist, ist es an sich eine gute Sache und funktioniert auch mit diesem Guided View, den man zum Beispiel von Comixology kennt, kann ich sehr empfehlen, habe ich hier die Gelegenheit genutzt, den zweiten Teil zu lesen und nicht irgendwie, nein, im Directors Cut. Diesen Directors Cut, den gibt es wohl scheinbar, keine Ahnung, ob es den nur digital gibt oder ob es den auch gedruckt gibt, aber letztlich beinhaltet den nur ganz, 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 ganz viele extra super Sonderseiten mit Skript noch dazu, mit Verlauf, wie quasi die einzelnen Seiten entstanden sind, also vom Layout über halt dann die finalen Outlines, das alles halt drin mit den Farben und den Sprechblasen und so, also in verschiedenen Steps, ist ganz cool, hat mir wirklich sehr gefallen. Worum geht es? Ja, es geht um genau das. Vision, der hat jetzt seine Familie quasi am Start, zieht in so einen Vorort irgendwo von Washington und will halt Familienleben leben. Er selber ist immer noch irgendwie Avenger und das sagt er auch gelegentlich, es gibt gelegentliche Situationen, wo er das mal raushauen muss, aber eigentlich ist es hier gar nicht so präsent, bis aufs Finale übrigens, ohne da jetzt zu sehr drauf eingehen zu wollen. Am Ende ist es dann doch irgendwie schon ganz schön Superheld wieder, aber eigentlich nur in den letzten beiden Issues. Vorher ist es wirklich eigentlich ein Familiendrama, denn nicht alles ist so fantastisch und perfekt bei den Visions, wie es scheint. Seine Frau ist depressiv. Wie kann das sein? Depressiver Roboter? Wie kann das funktionieren? Dafür finden wir auch im Laufe der Geschichte eine Erklärung und so viel sei an der Stelle schon mal gesagt, das sind ja die Visions und ich kenne mich mit der Marvel-Geschichte gar nicht so aus, aber das sind ja quasi auch nur Kopien von irgendwelchen Gedankenstrukturen und Mustern, die Ultron, dieser Superbösewicht, den wir aus dem zweiten Avengers-Teil zum Beispiel auch kennen, genutzt hat, um sie wiederum in eigene Roboter zu pflanzen. Der hat dann Vision geschaffen, unter anderem, der hat diverse andere wohl Roboter dieser Art geschaffen und dann gibt's halt, wenn man so will, auch noch eine Kopie von Vision, aus der er seine Frau macht und macht Vision alles selber. Er spielt hier selbst so ein bisschen Erschaffer von Leben und aus der Kombination von ihm und seiner Frau macht er wiederum neue Cocktails, aus denen er dann seine Kinder erstellt. und nach außen hin gehen die Kids halt zur Schule und machen dem da im Unterricht teil und seine Frau ist irgendwie, ja, keine Ahnung, scheinbar Hausfrau, das macht sie irgendwie, naja, glücklich macht sie das nicht, hat eine Depression, aber na gut, das ist halt irgendwie, also die geben sich schon echt Mühe, da in diesen Vorort von Washington zu passen. Vision läuft natürlich nicht den ganzen Tag in seinem Superheldenkostüm rum, das macht er nur, wenn er irgendwie mal gerade zum Einsatz fliegen muss und will in diesem Comic, dass er zu dem Zeitpunkt bereits 37 Mal die Welt gerettet hat, aber für gewöhnlich läuft er einfach auch mal im Hemd rum mit Krawatte und er zieht sich auch abends aus, also es gibt diverse Szenen, wo er sich abends einfach entblößt und seinen Schlafanzug krabbelt und dann ins Bett geht und so alltägliche Situationen sehen wir so ein bisschen, wenn das nicht alles eigentlich alles andere als alltäglich wäre, denn, keine Ahnung, Beispiel, die Kinder, die fliegen natürlich zur Schule und die Kinder, die lesen ein Buch und dann können die es auswendig und wissen alles, die müssen sich nicht hinsetzen und lernen, obwohl die schon an der Schule für sehr schlaue Kids sind, ich weiß nicht, ob die gleich hochbegabt sind, aber zumindest sehr schlaue Kids, die fallen schon auf, auch optisch, ja, also wenn die da sitzen und in der Klasse und irgendwie werden sie von anderen gefragt, ob sie echt sind oder was passiert eigentlich, wenn man dich piekst, blutest du dann und so, das wird alles so angekratzt, auch seine Frau, die zum Beispiel die Nachbarn begrüßt, die zu Besuch kommen und sie dann so durchs Haus führt, die haben ein schönes, tolles Holzhaus, obwohl draußen der Briefkasten nicht wie bei allen anderen einfach auf so einem Pfahl draufsteckt, so einem Briefkasten, wie man das von den Amis kennt, die haben ja diese riesen Dinger mit der Klappe, wo du dann den Brief so reinsteckst und so, so ein Ding haben die auch, nur da gibt es halt keinen Pfahl, sondern das Ding schwebt quasi über dem Boden und dann haben die zum Beispiel auch im Haus eine ganz tolle Inneneinrichtung, das ist beispielsweise eine unsichtbare Vase, also man sieht quasi mehr so Wasser im Raum schweben und das wird halt dann den Nachbarn so präsentiert und so oder wir sehen auch ein ganz tolles Feuerzeug, ein Feuerzeug, das mal Captain America gehört hat und viele, 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 viele weitere so Dinge, die andere vielleicht nicht bei sich stehen haben und das ist so ein bisschen auch das, was in dem Comic so quasi so ein bisschen rauskommt, so ganz so normal sind die Visions nicht und dann gibt es den Moment, wo was Schlimmes passiert, wo ein dramatischer Moment passiert, der die Familie, wenn man so will, in den Grundfesten erschüttert, der die Depression der Frau noch deutlich verstärkt und es kommt zu Mord und Totschlag, kann man sagen, es wird sehr viel Interessantes erzählt in ganz fantastischen Monologen mit ganz wirklich, äh Monologen, Dialogen, mit aber auch einer ganz fantastischen Erzählerstimme, der uns zum Beispiel auch auf, ja einfach erzählerisch interessante Art und Weise mathematische beziehungsweise Computerprobleme erklärt, also wo dann zum Beispiel zwischen normalen Problemen, zwischen lösbaren Problemen für einen Computer und diese Visions sind ja quasi Computer, also die auch eine definitive Lösung für dieses Problem haben, unterscheiden und eben auch Probleme, die keine Lösung haben, Probleme, die sich Menschen annehmen würden und irgendeine Lösung finden würden, aber vielleicht nicht die beste und das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber es ist sehr interessant erzählt und macht schon wirklich sehr viel Spaß, eben erzählt im Rahmen eines Dramas, das am Ende doch wieder relativ Superhelden-like aufgelöst wird, so viel kann ich schon mal sagen, aber, und das ist das, was ich so ein bisschen sagen muss, so toll ich den Comic finde und wir geben mir keine Punkte, aber es wäre eben nur knapp fast perfekt, denn so ein bisschen ist so dieses Transhumanistische, dieses Menschen, beziehungsweise Maschinen, die versuchen menschlich zu werden, da fällt mir als Paradebeispiel eigentlich immer Data ein von Star Trek Next Generation und mal davon abgesehen, dass sie bei PK einfach nicht verstanden haben, was Data ist, ist das an sich eine total tolle Figur, die im Laufe von vielen Staffeln in Interaktion mit den Menschen tritt und ihre eigene Menschlichkeit versucht zu definieren und überhaupt erst mal zu finden, ja, vielleicht auch eine eigene Form von Menschlichkeit da zu finden, all das hätte in diesem Comic noch deutlich ausgebauter sein dürfen oder anders, anstatt zwölf Heften hätten das von mir aus gern auch 24 sein dürfen, in der man sich sehr viel mehr mit diesen Aspekten beschäftigt, mit diesem Versuch der einzelnen Figuren hier menschlich zu wirken, was sie halt nicht tun, weil sie schon optisch so sehr auffallen, was vielleicht auch in so einem Washingtoner Vorort auch sicherlich eine Analogie zu Rassismus durchaus auch sein kann, wenn da jetzt Schwarze diese durchaus weiße Nachbarschaft gezogen werden, hätten die sicherlich auch ähnliche Erfahrungen gemacht und das hätte ich halt einfach noch sehr, sehr gern gesehen. Wir haben wie gesagt tolle Monologe, tolle Dialoge, für Leute, die sich auskennen, wird es auch sehr interessant sein, wie hier die Interaktion mit dieser Wanda ist, wie Wanda, wie heißt sie vollständig, Patrick? Maximoff. Maximoff, danke. Also dieser super krassen Mega-Hexe und so, die ja eben jetzt hier auch bei Wanda Vision quasi das, die ist ja zusammen mit Vision und so und da sehen wir halt nochmal eine Interaktion, da gab es wohl irgendwas mit Kids, die die gemeinsam hatten, die hatten auf jeden Fall eine gemeinsame Vergangenheit, die ich gar nicht so genau kenne, das wird aber hier in diesem Comic angemessen angeschnitten, sodass man es nachvollziehen kann, man braucht keine großartigen Details, auch wenn plötzlich noch weitere Familienmitglieder der Vergangenheit auftauchen, die dann auch eine größere Rolle spielen in dieser Miniserie, dann wird das alles in einem angemessenen Rahmen erklärt, das finde ich gut und ich war wirklich hin und weg, ich wollte unbedingt diesen zweiten Teil auch noch lesen, habe mich deswegen hier bemüht, das digital noch zu bekommen und bin Patrick wirklich sehr dankbar, dass ich hier ja einfach diesen Blick in diese Serie bekommen habe und hatte noch so irgendwie im Hinterkopf, ja stimmt, es gab glaube ich noch sowas wie die Teen Titans nur von Marvel und da war dann auch so eine Art weiblicher, junger Vision mit dabei, die Antwort, wer das ist, die kriegen wir hier auch und das ist alles ganz faszinierend und ich werde jetzt hier wohl wahrscheinlich der Nächste sein, der hier eine Empfehlung ausspricht für The Visions, eine unheimlich nette Familie, der Avengers Anteil ist übrigens, ist okay, also ist immer so ein bisschen eingestreut, ist alles ganz nett, auch die 37 Mal, wie er die Welt gerettet hat, die werden hier auch alle wirklich Stück für Stück durchgegangen und einen Teil davon kannte ich sogar, alles echt saucool, aber auch die Wendung, insbesondere in den Interaktionen mit den Menschen, mit denen, die halt einfach leben, an der Schule oder eben in der Nachbarschaft, das ist echt, das ist cool einfach und ja, das kann man für sich lesen, das ist eine abgeschlossene Geschichte, das kann man schon so sagen, ich hätte gerne noch mehr zum quasi Erstellungsprozess der Familie gewusst, aber das erinnert mich ja nicht dran, das nochmal zu lesen, ich habe auch eigentlich ein bisschen Bock drauf, mir nochmal diese ganze Origin von Vision in Schön anzugucken, also wie das quasi damals alles lief, mit dem Ultron und so, aber das ist irgendwie so ein riesen Rattenschwanz von gefühlt 3000 Comics, den ich lesen müsste und das ist sicher alles bei Marvel Unlimited dabei, aber so ein bisschen steigt es mich schon ab und deswegen muss ich mir da jetzt irgendeine andere Lösung für überlegen. Patrick, wie gesagt, vielen Dank, wie hast du das denn in Erinnerung? Ich habe den Comic tatsächlich die Tage auch nochmal aufgefrischt, nachdem du gesagt hast, du wirst das besprechen, bin da ganz deiner Meinung auch bezüglich Data, ich fand es nur teilweise schade, wenn dann so gewisse Ereignisse losgetreten wurden, dass dann das tatsächlich so einen übernatürlichen Ursprung hatte und dass sich das dann zum Beispiel nicht aus der Situation mit der Familie ergeben hat, da hätte ich das cleverer gefunden, wäre das aus der Interaktion mit der Nachbarschaft passiert und nicht durch so ein übergroßes Ereignis, manchmal waren diese Avengers-Sachen auch ein bisschen zu groß eingestreut, also zwei, drei große Kämpfe kriegt man und in dem Moment fand ich es tatsächlich schade, weil er es auch für sich hätte stehen können, ohne dass Vision jetzt zwei, drei Aufträge für die Avengers annimmt, auch wenn ich es lustig fand, wenn er vor dem Direktor steht und dann in seinem Kopf durchgeht, ach ja, was waren die 37 Male, als ich die Welt gerettet habe und er zählt das innerlich auf, ach ja, stimmt ja, Ultron habe ich zweimal bekämpft und solche Sachen, das fand ich wieder lustig, aber für mich war der Comic tatsächlich am stärksten, wenn er gefragt hat, was macht das Menschsein aus oder wenn dieses Familiendrama, das für so eine Androiden-Familie eigentlich gar nicht sein dürfte, in den Momenten fand ich das am interessantesten und da hat das für mich auch tatsächlich so ein bisschen Westworld-Vibes verspringt. Die Serie muss ich unbedingt noch nachholen, liebe Grüße an Dom an der Stelle, den hier keiner kennt, außer uns beiden. Das ist halt wirklich echt, das ist ganz genau, das ist einfach toll, auch der Humor, den du angesprochen hast, da gibt es ganz viele Szenen, ich werde die jetzt nicht alle vorwegnehmen, die sind einfach lustig, ja, keine Ahnung, ganz zu Beginn, die eine Szene, das heißt lustig, aber das ist einfach, auf die Idee musst du erstmal kommen, da kommen natürlich die neuen Nachbarn, die wollen sich vorstellen, die neuen Nachbarn sind skeptisch, weil nicht nur, dass da Roboter um die Ecke wohnt, da wohnt halt auch noch ein fucking Avenger um die Ecke, das ist halt auch in der Marvel-Welt nicht selbstverständlich und dann bringen die natürlich schöne selbstgebackene Kekse mit und dann freuen sich alle, ach danke und wollen sie nicht die Wohnung angucken und bla und als die Nachbarn abgehauen sind, schmeißen die natürlich die Kekse mit, was sollen Roboter mit Keksen, also die werden weggefeuert, ja, ist ganz klar und keine Ahnung, dieser Respekt, der da auch von diesem Feuerzeug ausgeht, dass Captain America da irgendwie beim D-Day dabei hatte und so, das hat man halt dann da einfach in der Wohnung stehen, ist schon ein bisschen gepose, aber auch ein bisschen geil und ja, ich stimme schon, die Depression, die natürlich ihren verstärkenden Moment dann irgendwann auch kriegt von der Frau, die hätte auch, das hätte auch ein anderer Moment sein können, ich kannte auch die Figur, die dann plötzlich der kurzen Auftritt hat, kannte ich überhaupt nicht, keine Ahnung, wer das ist, wen meinst du, dieser Harkness? Ja, dieser Harkentyp. Uh, das, ja, ich weiß, der Grim Reaper. Ja, genau, keine Ahnung, wer das ist, absolut kein Platz und Schimmer, kenne ich nicht. Naja, aber das meinte ich, das hätte auch auf einem natürlichen Weg ausgelöst werden können, eben durch die Konflikte, die mit der Nachbarschaft entstanden sind, da fand ich das dann tatsächlich ein Stück weit schade, weil sich das sonst in weitesten Strecken wirklich angenehm loslöst, von diesen ganzen Marvel-Bombast liest und auch wirklich so ein schönes Ding ist für Neuansteiger, die auch behutsam bei der Hand genommen werden und auch ihre nötigen kleinen Erklärungen bekommen, ohne dass sie das Gefühl haben, ach scheiße, ich muss jetzt 70 Jahre Marvel-Historie lesen, um das alles irgendwie ansatzweise zu verstehen. Ja, stimme ich dir völlig zu. Es gibt schon interessante Ansätze von dieser Menschwerdung, wir gehen die halt einfach mit Konflikten um, da wird so eine Art zärtliche Teenie-Liebe angedeutet, da wird, der Sohn zum Beispiel steht volles Rohr auf Shakespeare und zitiert die ganze Zeit Shakespeare, das ist auch gar nicht so aufgesetzt, das ist irgendwie lustig, es gibt so die Szene, da wird der angesprochen, hier, sag mal, also es fällt jetzt schon allen auf, wie du da, der Typ, also der Sohn wird hier im Comics, soll 16 sein ungefähr, also du gehst jetzt regelmäßig oben auf dein Zimmer und alle kriegen ja mit, was du da oben machst und so und du merkst genau, das ist eine Anspielung, wenn das jetzt ein Mensch wäre, würde mir niemanden unterstellen, der würde da oben vor sich hin onlineieren, aber nein, er liest einfach laut Shakespeare, so, also so ist der Dialog aufgebaut, ich finde das saulustig und davon haben wir ganz viel drin. Das sind aber auch Momente, wo quasi so ein bisschen ein Date durchschimmert, der ja auch irgendwann seine Bezüge zur Kultur oder zur Popkultur entdeckt hat und daran auch seine Freude hatte. Ja, definitiv. Breedstorm, wie sieht es aus? Hast du den zufällig auch gelesen? Den habe ich nicht gelesen, aber alles, was sonst mit Vision zu tun hat. Nein, ich finde es gut, dass ihr da eine Verbindung schafft, obwohl ihr diese ganzen Vorgeschichten nicht kennt und wie du es sagst, bin auf Vision gekommen durch die Recher-Tassel und Bücher von Condor in den 80ern, natürlich. Es war so eine Phase, da gab es zwei Recher-Teams, nämlich die klassischen Recher und dann Hawkeye hat sein eigenes Team gemacht, die Avengers West Coast. Da war dann Wondermann drin und Wondermann hatte irgendwann eine ziemlich starke Verbindung zu Vision und der Bruder von Wondermann war, meine ich, auch der Grim Reaper damals und man konnte das wirklich verfolgen, wie sie Wonda und er sich dann immer mehr zusammengezogen haben und die Geschichte mit deren Kindern ist ja auch eine ganz besondere und eine, die als einer der großen Klassiker auch gehandelt wird bei Marvel. Also wie du, was weiß ich, die Hard-Traveling-Heroes bei DC hast, ist Wondas Schaffung, also Wondermaximov ist ja die Tochter von Magneto, die sehr große Hexkräfte einfach hat, womit sie ja die Realität verändern kann, was sie auch schon mehrfach gemacht hat, zum Beispiel, als alle Mutanten einfach verschwunden sind. Und diese Kräfte haben sich erstmals so richtig gezeigt, also sie hat eigentlich immer so ein bisschen rumgezaubert, also wirklich mehr so, ja, auf so Energiebällchen-Level durch die Gegend schiehen, also ganz kleine Sachen eigentlich und als sie dann aber angefangen hat, sich Kinder von Vision und sich selber vorzustellen, da ging es dann eigentlich los mit der ganzen Misere, die dann in der Ausrottung der ganzen Mutanten auch irgendwann geendet hat und ja, also das sind klassische Sachen, die, also die kannst du auf jeden Fall lesen, auch das wie Vision eingeschmuggelt wurde eigentlich oder, was heißt eingeschmuggelt, aber von Ultron als Waffe generiert wurde und gegen die Rächer eingesetzt wurde, oh jetzt bin ich schon wieder bei Rächer, wie in den 80ern, das sind schon klassische Sachen einfach, also die, wenn du das sowieso abonniert hast, das sind ja auch, das Gute an den alten Sachen ist natürlich auch immer, die waren immer nach drei, vier, fünf Heften auch abgeschlossen und dann gab es eine neue Sache, das ist nicht wie heute, dass ich hundert Hefte lesen muss und dem Groß-Event zu folgen, sondern du kannst einfach die Rächer-Serie damals lesen oder vielleicht noch ein bisschen Avengers West Coast und dann wirst du damit sehr schnell die Verbindung haben. Gerade die Beziehung zu Wanda, die würde mich schon sehr interessieren, weil wir haben ein komplettes Heft, das ist erst ein zweites Trade, das sich ausschließlich mit der Vergangenheit in einem Rundumschlag befasst und das ist schon sauinteressant, also da würde ich gerne mehr zu wissen, wenn du sagst, da gibt es Storylines, die du empfehlen kannst. House of M würde ich da in den Raum werfen, das ist quasi Vision halt mit Wanda als Hauptperson und sie ist ähnlich drauf wie Vision, wenn es darum geht, die Familie zu verteidigen und das kann ähnliche Ausmaße annehmen. Wanda ist tatsächlich einer der mächtigsten Charaktere im Marvel-Universum und sie hat schon das ein oder andere Mal auch die Realität so verändert, bewusst, unbewusst sei mal dahingestellt, dass es ihr gepasst hat und dass sie auch kurzzeitig ihr Familienglück hatte. Also da kann man durchaus Parallelen erkennen und auch Wanda ist ein ziemlich interessanter Charakter, wenn man sich mit ihr auseinandersetzt und wenn man sich mit der Verbindung der beiden auseinandersetzt, da sind wirklich ein paar interessante Storylines rumgekommen. Ja, ich habe gesehen, als ich so ein bisschen recherchiert habe, was da noch von Vision jetzt erschien, da gab es auch von Panini einen oder gibt es von Panini einen Sammelband, wo diese ganzen Sachen auch drin sind. Falls es jemand auf Papier haben möchte, das gäbe es auch, wo diese Klassiker auch komplett wohl drin sind. Das ist ja interessant. Da muss ich gleich mal gucken, ob ich da nicht irgendwie mal hier machen muss. Aber über einen Affiliate-Link bitte. Genau. Natürlich. Das ist auch, wer kauft dir gelegentlich vielleicht doch mal was bei Amazon. Aber einfach so smart über den eigenen Link zu kaufen, aber nein, natürlich nicht. Quatsch. Jetzt könnte ich sagen, es ist relativ einfach, mach es wie ich. Ich habe, als der Steffen hatte das ja damals auch mit der Comic-Community und ich habe einfach meinen Amazon-Link, wenn ich Amazon anklicken möchte, habe ich das so eingestellt, dass es gleich über den Affiliate-Link geht. Also alles, was ich da bestellen würde, wenn ich da bestelle, geht über den Affiliate-Link, ohne dass ich vorher lange was machen muss. Das ist, du bist halt Professor Dr. Bridgestone. Mein Blowing. Mein Blowing. Wahnsinn. Ja, das wäre vielleicht der Weg. Und zwar ist das tatsächlich, was ich faszinierend finde, diesen Monat erschienen. Und zwar heißt das Wanda and Vision. Und da sind wirklich die, ja. Ja, das ist jetzt natürlich aktuell einfach zu der Serie rausgebracht. das ist ja. Aber da sind natürlich die von 1974 und 1972, also ich gehe davon aus, dass das ist, ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, die Marvel-Teams-Ups und sowas sind da drin. Und ich denke, da werden sie sich schon so ein bisschen drauf bezogen haben, ob das das auch ist mit den Kindern, das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, weil, wie gesagt, Condor und so, da ist ein bisschen was durcheinander geraten. Darf kann ich zur Not auch was verleihen. Ich habe da auch einige der Storys in meiner privaten kleinen Bibliothek. Ich muss doch jetzt mal hier diesen Marvel Unlimited Account benutzen, das wäre doch absolut sinnlos, wenn ich jedes Mal das Geld da hinten, also das wäre, das mache ich nicht. Aber danke. Ja, geil. Dann sind wir durch mit der Besprechung für heute, Jungs. Oder? Schaut so aus. Oder Andi, oder Andi, willst du uns noch von deiner Marvel-Liebe erzählen? Meine Marvel-Liebe? Ich kann zu Vision oder The Vision oder The Visions auf jeden Fall sagen, dass das, was du am Anfang beschrieben hast, auch die Erfahrung ist, die ich damit habe. Mir wird das immer wieder empfohlen. Da ich ja kein Mensch bin, der fortlaufende Superhelden-Serien liest, aber so hin und wieder mal so einen abgeschlossenen Band ganz gerne hat, ist das einer der Bände, die mir seit Jahren auch immer wieder mal ans Herz gelegt werden. Ich habe noch nicht viel Tom King gelesen, ein paar Batman-Sachen und den ersten Band von Sheriff Babylon, aber gerade dieser Vision-Band wird mir auch immer so als einer der Besten und durch seine Abgeschlossenheit auch für mich geeignetsten ans Herz gelegt. Sehr schön. Zwei Sachen hätte ich jetzt noch allgemeiner Natur nichts Großes. Habt ihr noch irgendwas? Nö. Okay. Dann Punkt eins. Ich will dir unbedingt mehr Anime vorstellen und ich habe nur keine Ahnung. Das heißt also, ich habe quasi eine Aufforderung an unseren Hörern. Ich dachte, wir sind ein Comic-Podcast. Warum ist es ein Trickfilm-Podcast? Oh, das muss ich eigentlich schneiden. Nee, also geht es jetzt um Trickfilm? Also geht es von Manga oder geht es von Anime? Nee, ich wollte Manga sagen, habe aber Anime gesagt. Siehst, da geht es schon los. Ich habe einfach noch nicht so den Zugang, will aber eigentlich unbedingt viel mehr Manga lesen beziehungsweise überhaupt erstmal einen Zugang finden und deswegen an alle Hörenden da draußen die Info und die Bitte, dass ihr doch vielleicht mal eine Empfehlung da lasst. Ich hätte gern was, was mir gefällt. Gern was mit ein, zwei, meinetwegen drei Bänden abgeschlossen ist. Was man also noch kaufen kann. Ob es jetzt neu oder gebraucht ist, ist mir eigentlich egal. Gern deutschsprachig. Kann aber auch, Englisch geht auch, ist auch kein Ding. Und ich mag es düster, ich mag Science Fiction und ich bin halt so ein Mittelalter weißer Dude. Das ist so das halt Information, das ich euch geben kann. Ich konnte nicht viel anfangen mit diesem Betts, Betts, Bet irgendwas, Betty, keine Ahnung, irgendwas mit, mit Billy Beth, genau, Band 1, tut mir leid, kriege ich keinen Zugang. Das war mir nix. Und dieses Shonen-Ding ist ja auch mal ganz cool. Ich habe auch da als damals das jugendliche Jackball voll durchgezogen und so, die habe ich mir alle ausgeliehen, die Manga, aber ich glaube, das müsste heutzutage schon ein bisschen mehr Anspruch haben. Wie gesagt, ich mag es düster und ich mag Science Fiction. Gib uns da bitte mal irgendwelche Empfehlungen, gern in den Feedback-Optionen, die es gibt. Also ihr könnt uns auf die Social-Media-Plattform da was in die Kommentare schreiben oder ihr schreibt uns auch mal eine E-Mail. Über die Comic-Community geht das, oder Breedstorm? Selbstverständlich, da gerne kann jeder kommentieren, jederzeit. Das wäre voll gut. Jo, damit hier vielleicht noch so ein bisschen mehr Vielfalt noch, damit wir nicht schon ständig Graphic-Novels und franco-belgische Dinge vorstellen. Ja, wir haben das so entgegen. Seit ich jetzt dabei bin, seit Folge 88, haben wir schon den ein oder anderen Manga vorgestellt. Das tut man nicht so, als hätten wir gar keine Mangas im Programm gehabt. Ich sag nur Tante Non-Non. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das war schon. Ich will nur auch mal einen machen, so. Du wirst auch mal guter Stift. Ja, und das dazu. Und dann eine Sache noch, die ist relativ aktuell über die Social-Media-Plattform. Eine, nicht unbedingt eine Aktion, aber da geht so ein schönes Bild drum von Giger Regie mit dem Hinweis, dass Comics bunt sind und nicht braun. Ganz aktuell, ich will da auch nicht zu sehr ins Detail gehen, gibt es halt einfach ein paar rechte Schweine, die vielen Nerd-Accounts folgen. Das ist ein rechter Verlag aus Dresden, die halt da so Eigenwerbung machen. Und ich finde das nicht gut. Ich finde, die stehen für Dinge, für die ich nicht stehe. Und aus genau dem Grund haben sich viele ja einfach an große Accounts, mit denen ich direkt in Kontakt stehe, dazu entschieden, die zu blocken. Wenn ihr das auch tun wollt, tut das, dann seid ihr die los und müsst euch keine weiteren Gedanken machen. Wir kommentieren da nicht, wir liken da nicht, wir ignorieren die einfach, denn wie gesagt, Comics sind bunt und nicht braun. Ich kann da beispielsweise sagen, dass ich, weil ich die sehr gut kenne, das Comic-Festival München hat die geblockt, alle größeren Comic-Verlage haben die geblockt, weil ich mit den Pressesprechern geschrieben habe und ihr könnt davon ausgehen, dass alle relevanten Podcaster und YouTuber die geblockt haben, weil das nämlich große Schweine sind. Und wenn ihr die auch nicht mögt, dann blockt die einfach und dann kriegen die ein bisschen weniger Aufmerksamkeit. Falls jetzt wieder die Nachfrage kommt, wie die heißen, der Andi hat das schon mal irgendwo kommentiert mit dem Vergleich, die heißen wie die Bösewichte aus Captain America oder irgendwie so hast du es gesagt, glaube ich, ne? Genau, die nennen sich genau so, wie die Nazis sich bei Marvel, also in Captain America nennen. Super! Das war jetzt so mal nochmal ein bisschen Politik am Ende so reingestreufelt. Danke Jungs. Ja, danke auch. War schön, oder? Eine bunte Mischung wie gesagt, Feedback ist voll geil, hinterlasst es, wenn ihr Lust habt, ihr könnt uns überall schreiben, wir haben mega Bock auf Feedback, also wir haben dreistellige Hörenden Zahlen und da wird doch wohl irgendwer da draußen Bock haben, sich mal bei uns zu melden. Vielleicht wollt ihr mal Comics hier besprochen wissen, vielleicht habt ihr auch eine andere Meinung zu dem, was wir so besprochen haben, weil gerade dieses Vision-Ding zum Beispiel, das hat echt riesen Wellen geschlagen, das habt ihr sicherlich auch gelesen. Wie hat's euch gefallen, das würde uns doch sehr interessieren. Nutzt, wenn ihr wollt, die Affiliate-Links für den großen Versender mit A und bewertet uns, das könnt ihr auch gern tun bei Apple Podcast zum Beispiel, bei Google Podcast geht das, glaube ich. Ihr könnt bei YouTube irgendwelche Daumen nach oben dalassen, weil wir auch so einen YouTube-Upload hier machen von dieser Besprechung hier, von unserer Ausgabe und das wären alles Dinge, über die würden wir uns wirklich sehr, sehr freuen. Patrick, Andi, Breedstorm, danke, ciao und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Adieu. Bye. 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 Vielen Dank.